Okay, für wirkrieger. Mhm. Wir haben ein paar Fake-Accounts erstellen. Moment, musst du zehnmal den Chat aufmachen auf zehn... ...dingen. Du bist Partner. Nee. Leider bin ich noch kein Partner. Das umstellen kannst du momentan. Das kommt manchmal auch bei Nicht-Partnern, wenn du genug Leute im Stream hast. Und die Ressourcen dafür übrig hast. Dann kannst du auch das umstellen. Ich bin immer Partner, dann bin ich noch... Nein. Nein, 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 nein. Oh, ey, ich hab nur Giffel-Spawns, ey. Da liegt der tolle Loot da vorne. Und jetzt spawn ich den jedes Mal am Arsch der Welt. Oh, ich glaub, das ist der Leuchtturm-Spawn. Fuck, meine. Es kommt keine Meldung. Trotzdem, Benny5556666. Vielen Dank für dein Follow. Vielleicht kommt jemand... Manchmal dauert es nur ein bisschen, bis die kommt. Ja, natürlich sind hier Leute, die nur bei Ihnen im Giveaway da sind, klar. Entschuldigung, wann kommt das Giveaway? Wann kommt das Giveaway? Ich will Giveaway. Gib mir 20 Euro. Giveaway, Giveaway, Giveaway. Oh, 9 Uhr. Nein, nur 1 Euro. Gott. Das ist aber schon vorbei, Alex. Ne? Nein, ist nicht vorbei. Wo, äh, Zwischenstadt. Ich hab nur die Giffel-Spawns, ey. Ich glaub, da wird auch gleich nicht mehr viel liegen. Wenn ich nicht schnell bin, dann ist da gleich schon alles weg. Ist ja nicht schnell. Nee, der muss halt Glück haben mit den Spawns. Und halt nur kacke Spawns. Ist das halt scheiße. Uh. Traurig. Furchtbar, furchtbar traurig. Spreng! Ich suche schon den Windows-Sound von Lukas. Gibt's ne Altershöchstgrenze? Ne. Das wär zu. Da ist schon fast alles weg. Sind schon welche da? Ja, klar. Du brauchst ja nur einen dezenten Spawn haben. Aber ich hab halt nur mega weit weg. Meine Spawns waren halt mega kacke. Hm. Das ist so ärgerlich. Nee, ihr könnt nicht alle Porno-Spawns haben. Ich hab nur Giffel-Spawns. Giffel, Giffel, Giffel. Komm, schauen. Svetlo-Jarsk. Gib mir Svetlo-Jarsk. Länge fließt, ich sturm. Svetlo-Jarsk. Ja, wahrscheinlich. Alter, der Server ist auch schon ein bisschen im Arsch jetzt. Ah, jetzt. Warte. Der ist im Arsch. Ha! Er fiel. Das geht so. FCB Germany. Vielen Dank für dein Follow. Der wird sich Alex freuen. Boah, FCB. Martin wird kotzen. Ich sag. Der Baba. Vielen Dank für dein Follow, Mann. Ich bin gleich da. Vielleicht hast du Erfolg haben, weil... Es tut mir leid, Martin. Erfolg! Der Server steht unten in der Beschreibung. Gegen Scheibe, aber unentschieden. Alter, das ist... Wieso, was ich mir war... Ja, schämen würde ich mich da. Schämen. Mr. Zombie, vielen Dank für dein Follow. Ja, DC4Life, du musst ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann ruhig schon verstehen, dass du dich da aufregst. Ausgubung ist halt ein Giveaway. Andy, kannst du hier Modsachen machen? Müsste er. Nee. Rock, Gama, vielen Dank für dein Follow. Aber ich bin heute, glaube ich, gar nicht eingeloggt. Doch, bin ich. Nee, da ist er heute. Bucky, ey. Ich kann mir auch keine Modsachen machen. Ich bin kein Red Bull Leipzig. Noll Player, vielen Dank. Ich bin eher Sympathisant und freue mich hier, Astlega-Fußballball zu sehen. Das ist eigentlich die Hauptsache, warum ich mich da feuer. Aber wegen nichts anderem. Warte mal, bin ich jetzt schon zu weit rechts oder bin ich zu weit links? Ich muss noch mehr weiter rechts. Oh Gott, ja, jetzt kommen wir die Diskussion wieder vom Fuß. Ja, ich wollte gerade sagen, bitte lass das. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Wir alle wissen, dass, äh... Wie war eigentlich die Fahrt? Starre A7, wie immer. Und habt ihr noch nette Leute im Flensburg getroffen? Wie nette Leute, hast du mal geguckt, wer da draußen rumläuft, Alter? Das war Zombieland vom Feinsten. Aber... Das kann ich nicht laut sagen, das sag ich dann im Brigad. Pösser ist das vielleicht. Ich denke nicht, dass jeder FCB auch ein Erfolgsfan ist, aber da gibt es bestimmt eine Menge. Und jetzt ist gut. Schrei. Jetzt schrei. Jeder Verein hat Erfolgsfans, aber es gibt ja nur zwei, die Erfolg haben. Wunder, ja. Das war ja schon fast gemein. Ja, ich bin im Stream, ich bin also nur im TS, so in dem Sinne, aber... Dings, Guns. Zombie verfolgt mich. Mach das. Oh, Lukas. Hi, Lukas. Wenn ich jetzt laut genug schreie, Lukas, wusstest du mich da doppelt? Noch hat man gar nichts. Ja, der fummelt auch noch irgendwas. Wenn ich hätte gemerkt, dass Klinge-Stecker im Arsch nicht funktioniert. Also Internet scheint das schon mal anzukommen. Wie ist denn das so mit 150 Mbit? Ist Teams-Speaker auch lagfrei? Er hat, er hat, er hat gerade keinen Sound. Er hat keinen Sound. Geh dann erstmal auf speedtest.net. Der Tag ist gekommen, an dem, an dem Lukas einen besseren Download hat, ich. Ja, ne? Aber mein Upload ist noch besser. Wir lassen nur Upload noch. Ich hab, äh, hier, 10 Mbit. 10? Nein, die 10 ist heftig, ja. Ich lad mit, äh, über 1 Megabit. Das ist heftig, ja. Das ist richtig krass. Oh, ich hoffe, mich erschießt jetzt keiner. Dafür hab ich nur 50.000 Download. Ja, nur. Wenn ich ewig würd, locker mehr zahlen, wenn ich wegfliegen würde. Aber es geht halt nicht mehr. Okay. Ich würde richtig, eh, es geht nicht mehr. Oh, na, weh. Hallo, na. Es geht nicht mehr. Hallo. Ah, ich weiß hier. Hallo, Bumme. Gibt's den Skid-Wing? Was? Nein. Ich weiß nicht, an wem ich mich hier ausrüste, aber vielen Dank. Die zwei, die jetzt weggerannt sind, wo du gekommen bist, die haben, die wussten gar nicht mehr... Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Bumme, rede doch mal mit uns. Wieso? Ich hab keine Chance, dass vielleicht noch eine Granate fliegt. Leute, ist sogar das ganze... Die ganze Wand ist weggebrochen hier. Ist hier unbedingt weg. Es ist umgegib. Ja. So oder so ähnlich. Dekor, du kannst jetzt mal ungefähr 98 Mal sagen, ich geh da doch vor Ort ziemlich ein. Und du hast ungefähr... Na, halt, es ist gut in meinem Gesicht gesehen, was aussieht wie drei Pixel. Ich gratuliere dir. Ah! Seid ihr wahnsinnig! Okay, wir wollen jetzt hier lebend entkommen. Oh, na? Das muss man kurz so machen. Dass keiner weiß, wo ich hinlaube. Ihr seht, ihr bekommt gleich wieder Bild, aber... Ungern. Dass wir jetzt... Äh, jemand ist hier nicht so friendly! Und er wird auch schon geschossen. Passt auf, Leute! Du hast übrigens Axt vergessen. Die Axt, ja. Die war mir jetzt so... Egal, ich hatte Angst, dass wir ins Gesicht geschossen sind. Ich hab mir extra noch mal geschaut, immer noch 150.000 mit mir. Oh, jetzt wird auch kräftig geschossen, dann. Hallo? Hallo, Lukas! Oh Gott. Man fühlt sich schon wie ein Aussie. Ja, klar. Du musst dich fragen, sorry. Okay. Lone Survivor, vielen Dank für dein Follow. Ich bin gerannt! Ich suche jetzt noch... Weiß nicht, ich muss zu meiner Mutter jetzt auf die Nerven gehen. Du musst Martins Katzen fotografieren. Muss gar nichts. Doch, er muss. Er hat es mir versprochen. Was hat er dir eigentlich versprochen? Dass du ja jeden Tag Katzenbilder bekommst, oder? Was? Nie! Das hat Lukas mir versprochen. Das kann ich gerne machen, hat er gesagt. Was? Ja. Dafür musst du aber bezahlen. Hätte ich keinen Preis genannt in dem Moment. Ich habe ja gesagt, es wird schon mal prozentig ausatmen, dass irgendjemand kommt und eine Granate oder so hinwirft. Warte mal, ja. Wir haben jetzt einen neuen Server, wo ich die IP auch nicht wieder rausgebe. Kann mal gucken, wo es dir jetzt so ein bisschen verheizt. Da kann ich jetzt den Bob-Server an euch starten, mache ich jetzt auch. Ja, ne, ich würde es nicht jetzt machen. Die Leute rennen da gerade nur hin, um ihr Loot zu holen. Da würden sich auf jeden Fall Leute auflegen. Ah, ich bin auch auf Steam offline. Mach so in, weiß ich nicht, in einer Viertelstunde kannst du das machen. Wenn die dann immer noch nicht ihr Gier haben, dann ist Pech. Da reagiert sowieso gerade nichts auf dieser Seite. Wo ist denn der? Mhm. Le Server. LoL Session Lost. Wow, der Server hat abgeschmiert, wenn ich draufgegangen bin. Great Games. Vielen Dank für dein Follow. Ich glücke, dass ich genau von dem Server raufgehe, der gerade in dem Moment restartet, wo der... Und ich connecte. Canada Best. Nein, danke. Der sieht nett aus. Wie heißt deine Gruppe? Meinst du mal eine Steam-Gruppe? Die findest du unten. Die heißt DeadLegacy-YouTube. Ja, und das Bild ist mit Absicht weg. Jetzt könnt ich das Bild auch wieder machen, und dann könnt ihr GLORREICHE SPAWNING in 50 Sekunden erleben. Ich hab alles noch. Wurde beim Abhauen von Mosen und kam beschossen, gerade zu überlebten. Gut. Ja, gut. Gut. Ich würd echt gerne wissen, wer diese Granate fallen lassen hat. Nox? Nox, der ist gar nicht da, weil dem hätte ich es auch zugetraut. Wo ist Nox eigentlich die letzten Tage irgendwie? Die letzten drei, vier Tage waren er nicht da, oder? Da flippt mich immer nur bei WhatsApp. An heute Deutschland-Inflation. Wieso spielst du nicht mehr mit uns? Ich hab doch jetzt mit euch gespielt, weil da so Granatenfallen und alles explodiert. Wir werden auf jeden Fall wieder mal so Events machen, aber wie gesagt, meistens enden die im Tod von mindestens mir und eventuell auch im Tod von euch. Doc Grisly, vielen Dank für dein Follow. Deswegen sind solche Events immer schwierig. Du weißt, wer das war. Was machst du das etwa? Ich war mit dem MTS. Okay, da waren das irgendwelche Clan-Leute von deinen Leuten, man. War lustig. Aber... Clan wo? Clan wo? Clan wo? Dürft ihr euch jetzt bei Nuke bedanken? Und seinem Clan. Die haben bestimmt gut gelacht. Ich hab auch gut gelacht. Es tut mir nur leid um die Leute, die agierter verloren haben, Jens. Lukas? Leck mich. Was stellt man einmal ne Frage? So, please überhinten. Ich dachte eigentlich, es kommt die Jungfrau frau, gell? Ich hab grad nach deinem anderen Nick gesucht, Lukas, und den du eher geforstest hast, und deswegen dich nicht so weit geforstet hast. Ach so, ja, ja, ja. Ich fand's war schon sehr lustig. Was? Wo ich schon gestern bei dir war? Ja, das auch. Dann war ich sehr verstört, immer. Du hast wohl auch schon verstört. Ich bin's immer nach Lukas. Hast du noch Ingis, die einen Rumloch-Generator noch mau. Orthrend haben wollen? Äh, warum? Ich hab fünf Ingis oder so. Und da haben bestimmt nur einer oder so den. Naja, irgendwer hat die zum Leveln geskillt, und hat sie verkauft für 25 Gold, und die Kosten zum Bau nimmer h 500 Gold. Das ist nur relativ günstig. Wenn man sie hat. Oh, ich hab sogar mal leid. Ich hab zwei abzugeben. Ne, ich schau mal. Okay. Ob ich Charster hab, bei denen sich das überhaupt lohnt. Was haben wir? Alle, die keine Magier sind, können einfach so rausmachen. Ich kann dich sogar offline in Streams neu wohnen jetzt, Lukas. Das war fun. Offline? Dafür müsstest du hierherlaufen, und das machst du, glaub ich, nicht so. Naja, da bin ich viel zu faul. So, wir haben so eine Granate. Was ist hier drin? Ich hab mich gezwungen, ihm deinen M4 zu geben, Lukas, die ich noch hatte. Wieso? Weil er hat mich gezwungen. Nee, ist jetzt weg. Ich hab' ich weggeworfen in den Sand. Er ist gestorben mit dir. Er ist schon hinten erschossen. Meine M4. Ja. Naja, war deine M4. Das ist alles dein Zeug, du Red Destroyer. Dann sag' ich mal, vielen, vielen lieben Dank für deine Ausrüstung. Wollen wir mal gucken, ob wir das heute gut verwerten können. Und auf jeden Fall irgendwo zum Essen besorgen. Kann man das noch essen? Man kann doch ruinierten Reis essen. Tja, Reis. Wie gefällt dir Leipzig, Lukas? Ah, falscher Backe. Kann ich nur noch so zwei Straßen oder so gesehen. Ich hab die Ghetto-Straßen gesehen. Nein. Direkt, direkt Eisbahnstraße lang gefahren. Ja, hallo. Felix wohnt ja dort in der Nähe. Hast du dich die ganze Zeit gefahren, Martin? Also, ich hab' dir wechseln. Mr. Orgloom, vielen Dank für deinen Follow. Wie fandest du's vor oben im Norden, Martin? Er war sehr, sehr, sehr gerührt über die Schönheit unserer weiten Ostsee. Er hat gesagt, das ist ein Tümpel. Das hab' ich schon mitbekommen. Fütze hab' ich gesagt. Ja, genau, sowas. Hey, aber ich wohne fünf Minuten vom Strand weg. So ist das nicht. Vom Tümpel. Hast du erst dann auch gesagt. So ein Tod, den Berg da hoch warst. So ein Tod, Anna. Und dafür brauchst du für ne Bilddatei zum Runterladen fünf Minuten. Jetzt mal nicht so auf die Kacke hauen hier mit Internet, ja? Ne, ich drosse deine Leitung gleich. Oh, wie ist die Endniveau? Zieh einfach mal am Kabel, zack. Zieh du am Router und nicht zieh an deiner Katze. Oh, das ist ein völlig falsches Thema. Das ist das einzige Druckmittel, was ich hier kaum im Raum hab. Nein, die gibt's ja wie die Bestremerin. Da hast du dann die Kralle im Auge. Die gibt's halt. Das sind meine zu lieb, ja. Dann geht er zu Martin und hält sich das Auge. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Und überventiliert. Gleich, Salat, du spammst die Frage erstens und zweitens hab ich die Forens schon beantwortet, bis auf weiteres. Rest in Peace, Bro. Das ist auch die Antwort, bis auf weiteres. Er hat sich hingelegt, um auf mich zu schießen, oder? Wie lange ich noch bei Martin wohne, wie lange ich hier bleibe. Und das ist bis auf weiteres. Ich würde mal sagen, Mori sagt er aber hier weg. Ja, eigentlich hab ich das vorhin schon gesagt. Ah, ja, ja. Das war dann der 10. Hinweis von mir. Schau mal ein Bild, ich will da aus. Ich hab Angst. Ich glaub, der war alleine. Hoffentlich. Seitdem ich den PC anhab, ist alles gut. Du sollst schon fühlst, dass du dich wieder wie zu Hause. Reddy, vielen Dank für dein Follow. Ich kann dir aber das Internet auch ein bisschen drosseln, dass du dich noch mehr wie zu Hause fühlst, wenn du willst. Die Netzneutralität muss gewahrt werden. Alles muss gleich sein. Ja, das ist nicht in Ordnung, Matt. So müssen wir alle auf Hendrik runterdrosseln. Hahaha, nein. Äh, äh, nee. Ich glaube, der kann 56 Kamboide mehr. Hahaha. Hahaha. Was hat Taran gefragt? Ich hab's überlesen. Bitte kannst du es nochmal sagen? Und ich hab immer eine Minute gewartet. Wer heult denn rum? Knallt dir jetzt schon alles ab? Nur nicht alles, nur Leute, die bewaffnet mir, um über die, äh, bevor die Flinte laufen. Ja, der Typ sich hingehockt hat, hingelegt hat, auf mich gezielt hat, dachte ich mir, äh, der muss weg. Streamdown. Nein. Aber das hörst du wahrscheinlich bei dem nicht. Aber okay. Bei mir ist, bei mir ist aber auch Loading-Video. Neeeee. Warte mal. Jetzt ist, geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ja. Der Stream hat keine Ressourcen mehr. Warte mal. Ich hab keine Drop-Frames, das muss Twitch sein. Das ist ja, am Internet kann's ja jetzt bei mir nicht liegen. Nein, bei mir, an mir liegt's auch nicht. Keine Drop-Frames, nichts, oder einfach weiter hochgeladen. Warte mal, jetzt hab ich ja den Chat da. Aus reiner Gewohnheit hab ich schon F5 gedrückt, aber haben die Leute im Chat schon geschrieben. Jetzt, wenn ihr was leckt, mein Freund, dann ist es aber sehr ungewöhnlich. Ich sag ja, aus reiner Gewohnheit hab ich F5 gedrückt. Die krasse kannst du dir quasi von der Tastatur jetzt entfernen. Naja, wenn du einen schlechten Twitch-Server erwischt, kannst du auch mit Pornolad noch ein Leck haben. Ich hab ihn noch nie Leck gehabt. Noch nie, also ich! Naja, ich! Ich hab ihn noch nie Leck! Äh, Latex-Libelle, grad eben konntet ihr mitspielen, jetzt gerade nicht mehr. Nein, nein. Ist ein bisschen ausgeartet. Was ist hier los? Mensch, ein Latex-Libelle ist schon, Kulernik. Ein Buchse voll hat den Gutschein schon gewonnen, ne. Ey, Lukas, schon mal dein Eis? Nee, giveaway gibt's irgendwann um 9. Ja, könnte man gleich mal essen. Oder auch nicht. Oder warten, oder weiß weiß ich. Ja, ich will wirklich nicht nachdenken. Ich will erstmal, glaub ich, durch und gehen. Das ist mir viel wichtiger. Alter, ich jaure. Das ist nicht normal, ey. Gut, dass wir in zwei verschiedenen Zimmern sitzen. Longo, vielen Dank für dein Follow. Helle, ruhig. Das will ich auch nicht. Dark Raiden, vielen Dank für dein Follow. Und wann wollt ihr eigentlich kommen? Wollt ihr überhaupt mal mitspielen heute, oder? Äh, ich will mich nicht festlegen. Wolltest du nicht festlegen? Ich wäre, glaube ich, gleich nochmal dabei. Müssen wir gleich mal gucken. Erstmal ist man Eis. Ja, gar nicht. Erstmal ist man Eis und dann bin ich dabei. Das hast du eigentlich alles mitgenommen, du hast. Alles. Alles. Gefühlt alles. Ja, da ich jetzt schon mal den Sprinter so da, also da war so viel Platz, da dachte ich mir, warum passieren lassen? Videoloading schon wieder? Bei mir nicht jetzt. Okay. Endlich, bin ich schuld, dass mein Clan die Granate geworfen hat, obwohl ich ein Inet-Timeout hatte? Hm. Ich will dir doch nicht die Schuld geben. Irgendjemand, ich war's eh schon. Wie gesagt, ich hab eh schon gedacht. Irgendjemand kommt gleich auf eine lustige GD, hält da mal ordentlich mit seiner AKM rein, oder, ja, was ist die Granate? Wer immer die Granate geworfen hat, ich hätte dasselbe getan. Keine Ahnung. Hey, ich kann es sehr gut nachvollziehen, ich hätt's wahrscheinlich auch voll lustig gefunden. Wenn ich meinen eigenen Clan töte. Ja, aber ich hätte mich nicht reingestellt, ich wäre ein bisschen weggegangen. Ja, ich glaub da, die waren auch draußen, wir standen halt, da standen halt ein paar Leute auf einem Haufen, so 5, 6, und mit mir, und die sind halt rum. Bitte wurf panisch und verrückt lachen, das macht das noch lustiger. Ja, ja. Und schreiben, endlich haben wir dich. Genau, genau. Ja, er hätte halt doch vorher schreiben müssen, FALEN SIE HALL! Und das ist ja lustig. Gibt sich noch eine Jeansjacke anzuziehen dabei. Ja. Sagen wir so, Kriege, Steam anfragen und hinterher beleidigt zu werden. Weiß ich nicht. Könnte gut sein, dass sich jemand beleidigen würde, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt jemand, der angepisst ist deswegen, aber nimmst nicht so persönlich, nimmst du nicht zu Herzen. Alter, nimmst du nicht persönlich. Ich hab auch mindestens am Tag drei Leute, die sagen, ÒÄÄÄÄÄÄ galaxien, die BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ es ist auch noch nicht so nicht optimal und es ist ein bisschen mehr durch die Tegel Klaus für langsicht das ist für mich zu machen aber nachwarten ist es das gewinnspiel ist gegen 9 er und mit dem Tegel vielen Dank für das Volk mit dir vielleicht vor allem die Tentakel mit zwei Dingen sind nicht toll ich habe eine Granate ich will mich nicht selbst sprengen hi last 31 vielen Dank für dein Follower gegen 21 Uhr nicht Punkt 21 Uhr aber gegen 21 Uhr damit es nicht zu spät ist für Leute die vielleicht morgen früh raus müssen dass die auch noch mit dabei sein können so ein giveaway werde ich übrigens jetzt hin und wieder mal ab und zu mal öfter machen je nachdem Mensch hat die Möglichkeit bezogen ich denke zu Destiny am wann kommt Destiny? Dienstag ne? Dienstag Dienstag werden wir Destiny auf jeden Fall spielen morgen gibt es nochmal eine dicke DayZ Runde aber Dienstag wahrscheinlich den ganzen Tag Destiny wenn alles klar habt ich hoffe es kommt an ja Dienstag und du hast gesagt morgen ist Montag und du spielen immer DayZ? morgen ist Montag wir spielen mit DayZ ja und Dienstag ist aber hast du nicht gesagt Montag streamst du nicht? ja ja aber morgen habe ich schon jetzt das habe ich ganz genau gehört weil ich dann direkt daneben ja normalerweise normalerweise hast du auch recht normalerweise stream ich montags nicht aber da wir gestern Pause gemacht haben wird es Montag wahrscheinlich jetzt streamen geben vor allem da momentan ja die Bewerbung bei Twitch läuft momentan mal guckst kommt das vielleicht ein bisschen besser Montag auch im Stream ist ich bin mir immer noch unsicher Hendrik wo bist du unsicher? mit Destin mit Destin ja ich kann es gut nachvollziehen das ist halt eine Menge Haufen Kohle sonst guckst du halt einfach Alter ich habe noch ein 30er Magazin wo holt er das denn jetzt raus? ja aber das Problem ist wenn ich es mir irgendwann erst später kaufe und es alleine zocken muss da habe ich noch einiger Bock drauf naja dann würde ich schon mit dir zocken wollen also ISQ für sowas bin ich viel zu faul viel zu faul für was bist du viel zu faul? im Fake-Accounts zu erstellen hey wieso lädt der das nicht voll? ist das ach so ruined scheiße HAK 3 Kilo HAK vielen Dank für den Follower wer hat noch so hier? scheiße ne aber wie gesagt Dienstag gibt es Destiny dann mach ich vielleicht auch noch mal ein giveaway ich weiß noch nicht was für ein giveaway ich finde Steam gut haben als giveaway ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee ich schon wieso weil damit kann man kaufen was man will weiß ich nicht weil du irgendwas machen musst was Education so Buchgutscheine oder Sport-Fitness-Club-Gutscheine im Gaming Stream ja Buch Audible oder Buchgutschein geht vielleicht noch aber Fitness ein Fußball ein Fußball ein Fußball ein Fußball ein Fußball heute gibt es Fußball 14 Euro gebrauchte Socken gebrauchte Socken von mir original mit Schweiß hallo Tomate ne aber jetzt weiß ich nicht Steam gut haben finde ich eine gute Idee wo müsste die Bananen schon wir haben ja genug Kartons Bananenkartons ins Rathaus please ne ins Rathaus gehen also wir haben das Modo voller Bananen gemacht und haben mitgenommen oder? ja denn ich hab wirklich sechs Bananenkartons er hat mir nicht einen abgegeben nicht eine Banane hm hm give away einmal mit euch zocken ja sowas haben wir ja auch schon mal gemacht hm mcjack vielen Dank für den Follow ja Gamer können auch sportlich sein ich wollte damit doch nur lustig sein und das äh RTL Klischee bedienen dass wir alle nur äh alle fett sind alle kein Sonnenlicht abbekommen und den ganzen Tag nur Computerspiele spielen und ich bin dünn und bekomme trotzdem kein Sonnenlicht ab aber nein ha 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 spiel des ganzen Tag ha 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 bla 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 natürlich können Gamer auch sportlich sein es gibt sehr viele sportliche Gamer du wusstest ja nicht ja mit der Waffe schwenkt der mal halb am ich weiß nicht recken jetzt musst du was zu essen besorgen ich muss hier mal ein bisschen durch die Häuser gehen ja ja mein Arm was ist denn im Small Protector keine Ahne warte mal was waren hier noch drin 975er und Reis ist der oh ich hab ja Essen ey muss dann nur gleich da vorne zum Brunnen wir ziehen uns jetzt den Greis gleich hier im Haus rein wieso kann ich denn hier nicht time outen weiß ich nicht ich kann auch nicht time outen bitte keine Links im Chat ich wollte es auch gerade noch ne das ist irgendein Spam-Bot der postet schon permanent hier rein er kommt aber auch immer mit neuen äh Dingern Hendrik ich mag keine Bots weil die time outen dann immer so gut wie alles und wir haben doch genug Leute die das regeln wir haben ja momentan überhaupt keine Möglichkeit was zu machen da finde ich das schon in Ordnung dass wenigstens äh ja aber ich kann auch Nightbot nicht so aus dem Hut zaubern wir haben doch Poltrak und Tomatensalat wir haben doch Poltrak und Tomatensalat die schaffen ja aber es kann ja keiner was machen Poltrak und Tomatensalat können warum weiß ich nicht es ist heute ein bisschen buggy dass das Mod Dingsbums ein bisschen buggy ist es pümmelt mich an ja kann ich nicht zu einem Ende doch ok ich geh kurz tisch kannst ja kurz den tisch support machen mach Martin doch einfach nochmal zum Mod mal schauen was passiert da muss er kurz raus in Chat schreiben er ist kaputt gehen wir ganz ehrlich bei mir ist er aber Mod deswegen bei mir ist es sogar das Mod nimm es weg na warte mal was denn ja ich weiß äh f f f f f f perch Du bäbäbäbäbw remove this viewer as a moderator kein Mod mehr jetzt klick ich drauf und bist du wieder Mod dann schaut mal wasнич hier das musste mal also oder so F5 drücken Fouth is Guhe So die ersten 30 ye Was war die längste Zeit ich am Stück gezockt hab? boah, keineaste inte Ich bin nicht zog bin ehrlich gesagt nicht so der Typ der so mega lang am stück zockt weil ich habe ich habe meinen schlaf sehr gerne ja da ist lukas oder alex und ein bisschen extreme länger wach bleiben und zocken ich brauche meine mindestens sechs stunden schlaf ich freue mich wieder drauf was für wo die ww er nun dann werden wir die zehn stunden schleifen sonst durchgehört ach komm es geht immer noch nicht ok jetzt geht es meinem charakter auf jeden fall besser die verlosung war noch nicht wie gesagt die ist ungefähr um 9 so wollen die denken jetzt gleich duschen gehen und eier eis essen und dann nochmal daisy spieler dann gehe ich jetzt sonst nicht zusammen aber dann gehe ich jetzt eine runde battlefield spielen und dann kommen wir irgendwann gegen gleich dann wieder zu d7 mit spielt hat sich dann eine gute idee an oder dann spielen wir jetzt die runde battlefield leute und daisy gibt es gleich wieder und dann gibt es auch das giveaway das ist eine eier am liebsten in der hose so herr gut ihr könnt auch gerne mitspielen bei battlefield ich werde den server auf jeden fall posten in den chat wenn ihr damit spielen wollt ich werde mal gucken ich habe ich werde ein bisschen sniper und die leute auch sehr gerne irgendwie findet ihr leute ist richtig cool wenn ich sniper spielen battlefield ich weiß nicht wieso eigentlich findet ihr das sehr interessant ich wurde nämlich sehr sehr oft darauf angesprochen spiel doch mal bitte mehr sniper in battlefield gerade in den display folgen und klar das können wir auf jeden fall tun so multiplayer ich werde mal gucken dass ich vielleicht ein server finde ohne dlcs dass da jeder mitspielen kann der bock drauf hat es gibt ja immer noch leute die haben battlefield aber komplett ohne dlcs oder müssen wir jetzt irgendeinen server finden wo man auch snipern kann irgendeine map 64-man-server conquest zawod wäre eigentlich ganz cool warum hast gar nichts gefunden gibt mir zawod so ok hier haben wir zawod server aber da ist echt nicht viel los muss man sagen warte mal was muss ich noch nicht da einen haken rein mache hier gibt es ein server oh god naja es sieht schlecht aus komplett ohne dlcs warte mal sieht sehr sehr schlecht aus team deathmatch würde es geben ja dann spielen wir halt spielen mit domination drauf geschissen domination kann man eigentlich fast immer snipern kommt zwar auch da auf die map an aber ich finde irgendwie gerade voll wenig server warte mal warte mal sorry found no server ich hab hä nur domination drin als ding normal apply siege of shanghai german terror group das ist ein sehr kleiner server der hier warte mal ist da map wechsel mit drin ja warte ach der ist doch kacke ey wieso finde ich denn da gerade keine gescheiten server zock mal altes life oh ich bin nicht so der fan von altes life das sage ich gleich wenn ich armer 3 spiele dann meistens battle royale ich verstehe nicht warum ich gerade keinen gescheiten domination server finde ich hab alles an aber er findet nur diesen einen ach warte warte mal nein nein nicht join nicht join nein 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 warte there we go jetzt hab ich ähm flood zone mixed mode 32 slots so herr mach erst join schon warum ich will noch nicht mach's weg geht doch hm team deathmatch und domination aber ich hab keinen bock auf locker apply server ip kommt gleich server ip kommt gleich wie gesagt ich suche gerade noch irgendwas raus oh gott ich finde halt nur gefühlt server ist das operation locker only nein ok dann nehmen wir den ich würde mal noch den titel kurz bearbeiten ich bin nicht mehr die sie das kommt gleich wieder wir spielen jetzt eine runde battlefield 4 mit community und danach wieder die sie die sie dann dann so dann und ab dafür und geladen hat er glaube ich hoffentlich auch schon ja kein skill gleich shotgun ja größtenteils wie wird man twitch partner und bist du es jetzt schon ne bin ich noch nicht wie wird man twitch partner ähm letztendlich musst du einfach eine bewerbung einreichen das kann jeder unten links findest du glaube ich irgendwo eine ganz ganz unten links auf der twitch seite findest du einen link partner oder so heißt der da kannst du drauf klicken und da kannst du dann halt so ein teil ausfüllen und ja mit glück oder pech wirst du dann halt dementsprechend auch äh twitch partner ok ist jetzt team deathmatch aber naja team deathmatch kann man ausspielen was muss man fürs giveaway machen ähm einfach gegen 9 Uhr da sein im chat und dann äh dem kanal folgen und etwas hineinschreiben in ein keyboard nichts ausregendes das seht ihr dann das ist unkompliziert so wir wollten snipern snipern wird auf der map jetzt super crazy aber ok es ist echt nachkampfsniper aber seht ihr überhaupt was warte mal OBS sieht man gar nichts warte mal ah wo ist dein battlefield da nur seht ihr was so das hier ist 7 deathmatch ich spiele mit der SRR16 meiner Meinung nach die beste sniper die man so spielen kann 6-1 6-1 6-1 6-1 wo soll er denn jetzt hin äh meine secondary ist auf jeden Fall die Deagle willst du euch mitspielen Alex au 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 ich geh jetzt gleich rutspaden geh jetzt baden okay mach das ja das hab ich noch gebraucht alle duschen und baden wenn ich hier Battlefield 4 spiele wo sind die denn jetzt alle hin ey lol das ging drüber und jetzt ey ich hab abgedrückt man hat's sogar noch gehört aber er hat mich trotzdem erschossen äh schadentum ich weiß nicht ob der Map auf der Map Snipern so sinnvoll ist ich glaube auf jeden Fall muss auf jeden Fall das Visier wechseln nur mit irgendwas mittleres nehmen wir das mal hier mit jetzt legt er sich ja was muss man nicht für den Entfernungsmesser im Zielfernrohr aufgeben äh Laservisier Taktiklampe oder Zweibein also eigentlich alles was du nicht brauchst oder brauchst du das Laservisier oder oder den Zoom oder oder den Doppelzoom ja den kannst du glaube ich auch ich glaube das aber den benutze ich ehrlich gesagt auch nicht es wird später wieder DayZ gezockt ja keine Sorge DayZ ist auch mein Main Game ich spiele hauptsächlich DayZ im Stream und es gibt auch ganz viel DayZ Let's Play aber zwischendurch spiele ich auch gerne meine Runde Battlefield Counter-Strike und natürlich am Dienstag Destiny mal gucken wie viel Dienstag wahrscheinlich den ganzen Tag aber im großen und ganzen wird es auch wahrscheinlich wieder bei DayZ enden nicht am Dienstag aber in nächster Zeit ich bin mal gespannt wie viel Spaß mir Destiny bringen will na läuft eigentlich ganz gut ich muss sagen mit dem Visier oben drauf hat man eigentlich relativ gut was zu melden gegen Leute selbst im relativen Nahkampf und im kompletten Nahkampf gehst du halt einfach auf die ähm Diegel Diegel ist halt mega stark im Battlefield finde ich ich weiß gar nicht ich find sie ich find sie fast schon overpowered die Diegel als als Pistole ist sie mega stark wow wir haben uns gegenseitig getötet deadlag c4 wieper vielen Dank für dein follow oh Gott oh Gott komm 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 nein oh Gott der hat mich weg geholt Destiny im Stream japp Dienstag Destiny im Stream auf jeden Fall man Kalimbo vielen Dank für dein follow ich werd sogar Dienstag ähm mal gucken da kann ich theoretisch schon die Stream Quali mal ein bisschen pushen dass die noch ein bisschen besser wird ähm weil ich da ja nicht vom PC streame sondern von der Konsole und die Konsole auf dem äh am DSL hängt vom normalen geht Ameisen schießen hier ey alles ging drüber tschüss Diegel Battlepack läuft verwackelt und sie ist schon weg oh Gott lass doch das gab es am Feld moin Affe ohne Haus was geht bei dir was ist das ein Scope mit der SR ja äh kleines 3,4 Scope wie gesagt ist die beste Sniper meiner Meinung nach weil der Bullet Drop halt auf der sehr gering ist und die sehr großen Schaden macht selbst über Entfernung macht nicht jede Sniper shit da hat man natürlich das nachsehen ich hab ihn so low gemacht mit dem einen Schuss den muss nur jemand anfurzen dann fällt er um furz nein der Messert jemand ok komm schießen wir auch noch irgendwas am Nahkampf kaputt warte mal Aikar ich mag die Aikar eigentlich gar nicht so nehmen wir M4 M4 ich find die M4 ist so super geiler Allrounder gerade mit Domination Leggier im Sound der in Streamhink ist gerade bei mir bei mir das muss an dir liegen ich hab keine Dropped Frames nix ok ne das geht auch das war nur weil der Sound noch gerade äh gemäckert hat ok alles geht wieder wir sind jetzt auch kurz aufgehoben warte mal mach das viel Spaß achso oder hört man jetzt hört man die ganze Zeit dieses Pipi ja dann hat sich das erledigt ähm wie gesagt jetzt bin ich mit der M4 unterwegs M4 super geiler Allrounder gerade im Team Deathmatch Domination alles was so mittlerer Entfernung geht super super premium wenn man die super super schön drauf halten kann die hat sehr sehr wenig Recoil schießt trotzdem relativ schnell ich weiß nicht ob sie auf die Entfernung so geil wäre ich hab schon noch nie probiert da einen ACOG oder so drauf zu schnallen müssen wir irgendwie über die Entfernung mit dem Ding zu versuchen wo sind die denn jetzt auf einmal alle zählt als Kill passt wir sind da oben oh ne shit da oben ich dachte du badest ja ich dachte ich auch jetzt geht er jetzt ist er auf jeden Fall baden ne versuchst du in mein Team zu kommen Benny kannst du auf jeden Fall machen ist Tomate nicht da doch ich glaub Tomate müsste noch da sein oder ist Tomate auf Kahl gegangen ich bin mir nicht sicher worum geht's in Destiny ähm Destiny ist ein Sci-Fi Singleplayer Multiplayer Shooter hat auf jeden Fall Anleihen von MMO du kannst da leveln du kannst da Items einstecken und es gibt Klassen wie ein Warlock oder so aber es bleibt trotzdem Shooter es ist so ein bisschen Borderlands mit Halo zusammen gemischt so kannst du dir das vorstellen ähm geht halt sehr auf Multiplayer Richtung im Singleplayer wie auch im Multiplayer Multiplayer ist halt so klassisch alter den hab ich aber auch nicht gesehen zwischen seinem Blumen ähm der Multiplayer ist halt eher so klassisch wie jetzt über Battlefield Team Deathmatch gibt's da Capture the Flag Domination und so ein Zeug und da kannst du das auch machen und dann kannst du aber auch darüber halt dann die Ausrüstung zusammen sammeln und deinen Charakter hochleveln und so bin mal gespannt wie das wird ich hab die Beta gespielt beziehungsweise die Alpha hab ich am meisten gespielt bei der Beta war ich gar nicht so sehr aktiv aber die Alpha hab ich relativ lang gespielt eigentlich relativ identisch war mit der Beta ähm und hatte da eigentlich schon sehr viel Spaß deswegen mal gucken was Dienstag so bei Destiny geht ich hoffe es kommt Dienstag an ey ich hab's extra bestellt äh ich hoffe Amazon ist da äh relativ schnell zock mal Daisy Mod ja können wir vielleicht auch irgendwann mal wieder machen ich hab's auf jeden Fall installiert die Mod aber den Mod zock ich eher eher seltener meistens eher dann wieder Standalone oder sowas ne oh stirb steh auf warte mal ich kann mal einen eigenen Squad gleich aufmachen ne obwohl hier sind schon Leute drin Beta ist schon drin ne ok ich find der Server ist ein bisschen voll ein bisschen sehr voll von der Masse her könnten eigentlich ein bisschen weniger sein wäre es ein bisschen angenehmer zu spielen Granate oh Gott was machst du da Ben auch von zwei Seiten Wie verändert man die Farbe im Hard-by-Battlefield-4? Wo war denn das? Jetzt kann ich es nicht mehr einstellen. Irgendwo unter Option kannst du den Farbblink-Modus aktivieren. Ich habe den Farbblink-Modus aktiviert, weil ein paar Leute oder der eine oder andere Probleme hatte. Freude und Feind zu unterscheiden. Ich habe keine Farbprobleme. Ich bin nicht farbenblind, aber es gibt den einen oder anderen Zuschauer und deswegen habe ich das umgestellt. Wenn ich sage, du Hund, ist das kein Grund zu bannen, weil es keine Beleidung war. Ich spawne und schon ist es vorbei. War eine kurze Runde. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Daisy geht gleich weiter mit Martin und so wie er da ist. Noch acht Sekunden. Ihr könnt mir gerne einen Vorschlag, gebt mir mal einen Vorschlag in den Kommentaren mit was für einer Waffe oder was für einem Setup soll ich spielen in der nächsten Runde. Dürft ihr mir gerne Vorschläge machen? Und dann können wir mal gucken. Ich bin da sehr offen. Vielleicht wollte ich irgendwas sehen. Sturm auf Parcel. Wie gesagt, Sniper wird schwer. Ja, gerade im Team Deathmatch. Aber kommt das Giveaway noch? Ja, ja. Gegen 21 Uhr. Wenn wir zurück zu Daisy wechseln. Daisy gibt's später, Leute. Nimm die JNG. Skaha, Sniper. Okay. JNG und Sniper. Könnte man machen. Martin soll pimmeln. Nur Pistole. Nur Pistole ist schwer. Aber das würde sich anbieten, wenn ich dann theoretisch Sniper spielen würde. Das erste LMG, das Beste finde ich. Okay, wir machen erstmal eine Runde Sniper und wechseln dann AUG, AIK, MPX. MPX habe ich auch, ja. Man, wir versuchen mal zu snipern und wechseln dann mal auf die MPX. Auf die MPX ist gar nicht so eine schlechte Idee. Das heißt, wir versuchen jetzt erstmal auf Entfernung zu spielen und danach versuchen wir auf Nahkampf zu spielen. Das Zweibein braucht kein Mensch. Okay, hau rein. Das ist natürlich ein relativ... Ah, ah. Relativen Nachteil. Weil es halt sehr nahkampfbasiert hier ist. Alter. Es ist einfach zu nah mit dem Visier. Unbesser. Es war einfach zu nah. Ich habe den einen nicht getroffen, ey. Oh, shit. Hier ist das Kampfgebiet zu mir. Go, 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 go. Geh da wieder rein, geh da wieder rein. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich sehe halt nur schwarz-weiß. Wow. Und du kommst da nicht rüber. Die Zeit. Was ist mit der Ace-23? Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan der Ace. Der Ace ist eine sehr starke Waffe. Versteht mich da nicht falsch. Aber ich mag die Ace einfach ungern schießen. Wie der einfach stehen geblieben ist, nachdem er kräftig beschossen wurde von einem Sniper. Das ist schon... Kunststück. Au. Wäre wohl Schocki. Schocki hätte ich gern gar nicht. War das Gewinnspiel schon? Ne, es kommt noch. Ja, das Gewinnspiel kommt noch. Wenn wir zurück zu DayZ wechseln. Irgendwann gegen 9. Okay, jetzt geht der Wirbelsturm, beziehungsweise der Sturm los, weshalb die Map auch Parcel Storm heißt. Wo sind die denn jetzt alle abgeblieben, ey? Alle irgendwie auf der Mitte der Karte. Wow. Ich glaube, da drin ist wer... Warte mal, da oben... Ne, liegt sie leider nicht drauf. Normalerweise liegt hier oben nämlich die One-Shot-Sniper, die übelst overpowered ist. Ich, äh, habe einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet. Over. Shit, 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 shit. Die kam zu zweit. Ich glaube, das wird hier auch nichts mit dem Sniper, ey. Moin, Raffi. Hast du dein Full-Gear wiederbekommen, nice. M4A4 mit Sniper-Visier. Habt ihr schon mal gespielt, warte mal. Ich versuche jetzt lieber mal mit der MPX, ob das hier sinnvoll ist. PDW. Die MPX kam mit dem letzten DLC dazu. Die ist richtig, richtig nice im Nahkampf. Damit kannst du richtig, richtig losbrunzen. Wenn du damit schnell spielst, bist du eigentlich richtig gut unterwegs. Wenn die nicht von hinten kommen würden, ey. Ich muss um 21.05 Uhr auf, schaue ich das Gewinnspiel noch. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, es ist nicht direkt um 9. Irgendwann, wenn wir halt, ich will es wieder machen, wenn wir zu DayZ wieder zurückwechseln. Dann machen wir eh kurze Pause. Und dann bietet sich das eigentlich nur an. Wenn wir dann das machen. Au, schon das zweite Mal aus diesem scheiß Fenster da rausgesnipen worden, ey. Warst du schon mal in einem American Diner? Äh, weiß ich nicht. Kann sein, aber müsste wenn schon relativ lange her sein. Na. Gucken, ob wir uns rächen können. Wenn der Typ noch da oben hockt. Oh, das sieht nicht so danach aus. Aua. Aua. Sind die denn? Rechts neben mir? Rechts unter mir? Wenn jemand verfolgt mich, der da, aua. Scheiße, das Magazin Slash. Das Magazin Slash. Und dann kam er von hinten. Ich finde, die Server ist ein bisschen zu voll für die kleinen Maps. No, Granate. Shit. Spiel mal bitte mit der Bulldog. Die Bulldog. Ja, könnte man theoretisch auch machen. Die Bulldog ist relativ nice, also. Aber ich bin persönlich... Die Bulldog, ich finde die Scar H besser als die Bulldog. Sind beides ähnliche Waffen, weil sie weniger Schuss im Magazin haben. Ähm, dafür mehr Durchschlagskraft haben als die Standard, äh, Sturmge... Fuck. Ähm, als die Sturmgewehre. Ähm, aber ich mag die Scar H da ein bisschen lieber als die Bulldog. No. Ich muss mal ein bisschen auf meine Flanke aufpassen. Mir schießt nämlich permanent jemand von der Seite rein. Ich bekomme nämlich zum Beispiel jetzt eine Menge, 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 wenn ihr die Map beobachtet. Also, die könnt ihr doch nicht sehen. Was muss ich machen, um zu gewinnen? Ähm, einfach nur da sein, wenn das Giveaway startet. Und irgendwas in den Chat schreiben, was ich dann sage. Fuck, mein Lieben. Ich freu mich schon auf deine neuen YouTube-Videos. Ja. Da wird's auch wieder einiges geben in nächster Zeit. Ich werd bestimmt auch zu Destiny was machen, ähm, was YouTube angeht. Wird's nicht nur komplett im Stream geben. Alter, mit deiner dummen Pumpgun springst du auf mich zu. Kills in Folge aufgehalten. Das tut immer gut, wenn man solche Leute umschießt. Alter, die AIK im Nahkampf ist echt so krass. Oh, da kommt schon wieder einer wieder von hinten, ey. Voll traurig, ey. Der Server ist mega voll. Ist auch schon gleich wieder vorbei, die Runde. Wir wurden ein bisschen fertig gemacht, kann das sein? Das andere Team war da ein bisschen stärker. Speak English! No, it's a German Stream. I'm sorry. No English, hier. Scheiße. Gewinnt der, der zuerst schreibt? Nee, es wird, äh, per Zufall ausgelost. Wow, wie low der sein muss. Habe ich gefressen. Do you have any experience on building PCs? Ich will überlegen, was ich mir kaufen soll. I5 oder I7? I7 brauchst du eigentlich nur, wenn du streamen willst, wenn du Videos enkodieren willst, wenn du rendern willst. Zum Zocken reicht ein I5 eigentlich völlig aus. I7 ist zwar ein Ticken schneller, aber I5 reicht eigentlich. Definitiv. Kannst du jetzt BR machen? Battle Royale? Weiß ich nicht, ob wir das heute noch schaffen werden. Weiß ich nicht. Ja, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich gut kommentieren kann, und, äh, game in Englisch. Mein Englisch ist nicht so gut. Gut. No. Kein Ding. Wie ist es so mit Lukas zusammen? Oh, jetzt kommt auch endlich wieder Domination, ey. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich möchte echt wieder, ich will jetzt wieder mit der M4 spielen. Oder was habt ihr gesagt? Ska H hat auch irgendjemand gemeint. Gibt es die AK 7, äh, 47, ne, gibt's nicht. Es gibt verschiedene AKs. Wir können, wir können mit der AK 5C spielen. Wir spielen jetzt mit der AK 5C, die ist geil. Wir gehen mit Schalldämpfer echt übelst ab, die AK 5C. Passt mal auf. Ich muss hier nur ein bisschen konzentrieren. Dann geht auf der Map, glaube ich, gleich einiges. Warte, wir nehmen Sturmsalat, wir nehmen die Karabiner, wir nehmen die AK 5C, und dann geht's ab. Es ist meine Lieblingskarabiner. Es ist die erste Karabiner, die ihr am Anfang direkt vom Start zur Verfügung habt, und das ist eine so geile Waffe. Klar, ein gutes Visier braucht man auf jeden Fall für das Ding. Aber wenn man erstmal ein Visier für die hat, geht's ab. Wow. Ich renne gerade permanent irgendwie in so riesige, große Gruppen rein. Ja, die meisten Game-Spiele benutzen kein Hyper-Threading, weswegen halt, wie gesagt, i5 ist besser. i7 brauchst du nur zum Streamen, zum Videos encodieren, was der... Nein, 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 hohe Vorsicht, pass auf. Der ist ja fast reingelaufen, ey. Ich hätte gern, ich hätte gern, äh, die neuen Sockel 2011 CPUs, alter, die sind Porno. Die haben 8 echte Kerne, 16 Threads, beziehungsweise die 1000 Euro CPU, was hat die, die hat noch mehr, was hatte die, 12 Kerne? Ich komm gerade nicht drauf, aber die hat nochmal 2 Kerne, glaub ich mir. Oh Gott. Aufgeräumt, würd ich mal sagen. Spielst du Madden? Nö, ich bin kein Football-Fan. Also ich find Football voll cool eigentlich, ich hab auch, ähm, mir, wie heißt das noch? Ich komm gerade nicht drauf. Das Football-Event da, oh, 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 oh. Superbowl angeschaut. Das Problem ist, ich hab keine Ahnung von Football. Ich weiß halt die ganzen Regeln nicht. Ich weiß nicht, wie das da läuft und so. Deswegen ist für mich alles so ein bisschen chinesisch. Aber an sich find ich den Sport eigentlich relativ cool. Okay, vom WWC eingenommen, von unserem Team. Warte mal, die kommen halt alle von hier vorne. Nein, komm, 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 komm. Wusste ich doch. Oh Gott, das mich erschreckt. Wie viel FPS hast du in Battlefield? Warte, per, ne, nicht groß schreiben. Wieso ist das groß? Ich hab Caps noch gar nicht an. Perf Overlay. Wieso tut das nicht automatisch für vollständig? Musste man einen Punkt vorsetzen? Ja, Perf Overlay Punkt Raw FPS 1. Ja. Jetzt kannst du sehen, wie viel FPS ich habe. Das ist wohlbemerkt mit Stream. Ohne Stream geht da noch ein paar mehr FPS. Ups, wo ist meine Waffe? Okay, die ist eh fast näher. Okay, warte, war eigentlich ganz, ganz schlau, die zuerst. Wenn ich die, das Visier hier nicht so geil finde. Wieso kann ich nicht nachladen, ey. Ich drück R. Egal. Ich glaub, das ist eine DMR. Kann das sein? Ich glaub, das ist die SVD. Deswegen geht das nicht. Was schießt denn der da? Warte mal. Okay. Schon besser. Mit der SVD und dem... Und wo kam das, mein Freund? Tschüss. Antios, Tirava, vielen Dank für den Follow. Tiran, ah scheiße ey, da kannst du dich einmal an die Ecke verziehen und da irgendwie taktisch dich positionieren und dann kommt die Granate in dein Gesicht geflogen. Wie findest du Autos, zum Beispiel Sportwagen, ganz cool. Ich persönlich mag sehr gerne Mitsubishi Lancer. Das find ich ein sehr schönes Auto. Oder der Evo halt. Mittlerweile der WB. Ford Mustang. Ford Mustang, sehr, sehr geil. Und die alte Version, die ist die neu. Nee, die ganz neuen Version, die sehen ein bisschen kacke aus. Ich find die, die ganz, ganz neue, die ist echt scheiße. Die moderne, die geht noch. Ich weiß nicht, welche ist die moderne, die von 2010 oder was weiß ich, 2012. Aber die ganz, ganz neue, die sieht echt komisch aus. Und da wär hoch, ich mein die Version, bevor dieses Runde GT-Zeichen kam. Wie davor. Alter. Du weißt, welche ich meine. Naja, naja. Hier eine davor, die meine ich. Benni, vielen Dank für dein Follow. Wir sehen die FPS nicht. Ah, ja, warte mal. Ich kann das fixen. Donation. Jetzt könnt ihr die sehen. Und danke für den Follow. Puffy, dir auch danke. Oh Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Granate. Der Map ist, der Server ist echt zu voll. Es sind zu viele Leute hier. Lurfing, vielen Dank für dein Follower. Oh. Und Finardin, vielen Dank für deinen Follower. Wow, ich hab den Gegner vorher nicht gesehen. Au. Scheiße. Hab nur gefollowed wegen den coolen Animationen. Auch gut. Auch gut. Ist das schwer, einen PC zusammenzustellen? Nö, find ich nicht. Ich werd dazu auch noch nen Guide auf YouTube machen. Sehr, sehr viele Leute, die mich in letzter Zeit anfragen. Von wegen, kannst du mal einen PC-Hardware zusammenstellen? Kannst du mir irgendwas empfehlen? Auf was muss ich achten und so ein Zeug? Und das werd ich in den nächsten Tagen noch machen auf YouTube. Wenn ich kein Guide machen. Den Streaming-PC, das werd ich auch machen. Das wär das Beste, da kann man doch alles einmal erklären. Ja, aber es geht halt erstmal darum, was sollen die kaufen. Und dann auch Zusammenbau, ja. Badalamenta, oder Badalamenti, die. Vielen Dank für deinen Follower. Ramun, dir auch danke. Wie sind die denn jetzt alle? Sind die... Aua, ey. Ah, ich wollte mich zurückziehen. Na, nicht so ne gute Idee. Aus welchem Anime war das Mädchen nochmal? Ähm... Sieht man? Da oben auf der Wand. Das ist, glaub ich, zu klein geschrieben, ne? Das ist zu klein geschrieben. Hinten Lucky Star, wo hab ich auch. Wallscroll von... ...Kronater. So one and only. Das war's quasi aus der Bestellung, die ich mir bestellt hab, wo ich's dann hochgeschickt hatte. Extra teuer. Ja, ich glaub schon. Oh, das war so... 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 So feuer. Äh, nicht ziemlich dumm, ne? Oder so dann. Hehehe. Na vorne noch hoch. Oh, wie viele, wie viele, wie viele. Oh, das Paket zu lang, was ich vorschicken wollte. Das ist so heftig. Oh, das ist so heftig. Kill Assist! Au! Sein Lieblingsanime ist Death Note. Death Note, ja. Hat er letztens erst im FAQ-Antwort-Video... Aber Code Gears war eigentlich auch so gut, man. Aber ich... Ich weiß nicht. Code Gears war eigentlich auch richtig gut. Ich müsste eigentlich echt Code Gears nochmal gucken. Hast du dir das irgendwann nochmal angeguckt oder so? Ja. Oh! Ich bin blind. Wennne die nicht gemacht... ...macht... ...mem... ...ben... ...öhh... ...ja, beim zweiten Mal halt... ...filter eigentlich... ...un dich хоть immer so überrascht hat. Mach immer noch Spaß. Neuu. Man weiß halt, was abgeht. Beim Desto muss man halt sagen, das kann man sogar... ...mit deutschen Sub... ... histories. ...Gucken. Aw! Dass der Div-Halt- ہیں wirklich gut 거 booster wird. Seit ungefähr das ein großer... ... zwei Dings. Ehh... ...die Anfänger... ... vịamasgrupp Räse fan. Und da aus novel ist. Boah ey, dieses scheiß Unterdrückungsfeuer. Ich krieg den nicht gescheit ins Visier. Ja, geht doch. Meine Sekunde, ruhiges Fadenkreuz. Und trifft man ja wieder. One does not simply bot. Vielen Dank für dein Follow. Oh, 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 oh. Deta Boom, vielen Dank für dein Follower, Mann. Was ist denn da los, Alter? Was für ein Follower? Fuck, okay, ich hab's übertrieben. Äh, giveaway time. Ja, gib's bald. Wie gesagt, ich will's machen, wenn wir wieder zurück wechseln. Äh, auf DZ. Wir müssen gucken, wann Martin und so wiederkommen. Weil es wird ja so im Fall bald starten. Steh auf. Leg dich hin. Lad nach. Oh, Null. Steht auf. Unsinn, dass viele Leute da, die an ihm geschaut haben. Ja, ich denk schon, aber da wirst du bestimmt finden. Ist alles voller Rauch, ey. Ist immer nichts. 1-0 Deutschland? Hab ich gerade angeschaut und das Tor gesehen. Ich hab runtergeschaut sogar. Ja, 1-0 Deutschland. Interessant. Das ist wieder auf derselben Position, ne? Die Würstchen sind aber auch immer noch an derselben Position. Da hat's gewürzt. Diese Camperlutze da oben, ey. Boah, hält der viel aus. Ich muss eigentlich gefressen haben. Boah, Munition. Au, au, au. Oh Gott, es kommt, glaube ich, auch wer von der Seite. Ich glaube, Attack on Titan hat's halt noch nicht gesehen. Ne, Attack on Titan hab ich noch nicht gesehen. Haki King, vielen Dank für dein Follow. Ich zu Attack on Titan sagen kann, ja, es ist ein guter Anime. Wuhu. Aber mir auch nicht. Ziemlich overhyped. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das, was ich immer höre von der Attack on Titan, soll relativ overhyped sein. Ja, was habe ich denn gegeben? RBK Pain. Ich glaube, sieben von zehn oder acht von zehn Punkten hatte ich, glaube ich, Attack on Titan gegeben. Ja, sieben von zehn waren's. Au. Also Mist ist es nicht. Es ist ein guter, solider Anime, aber halt mehr nicht. Also, Mist ist dann doch eine sehr superkühle Meinung. Au. Aua. Der bombt die schon wiederum mit seiner Airburst, ne? Ich hasse die Airburst. Ja. Ich selber treffe mit dir nix, aber ich töte sie dauernd damit. No. Ich muss nur meinen Tod. Ja. Ich kann nur mit der Airburst. Ich muss noch mit der Airburst. Ich kann auch mit der Airburst. Ja. 160 FPS teilweise, ja. SD203, vielen Dank für dein Follower. Alles auf Anschlag bei dir jetzt? Ja. Alles auf Anschlag. Kommt meine Grafikkarte nicht ganz hinterher. Ja, die TI ist auch echt ein Biest. Was das angeht. Den lustigsten Anime, wo ich am meisten gelacht habe. Atsu, nee. Oh, oh, kacke, ich komm grad nicht drauf. Mit Tomoko. Wie ich letztens erst gesehen habe, mit Tomoko. Ich hab doch, ich hab die Figur hier. Mit ihr hier. Der Anime mit ihr hier. Ich komm grad nicht auf den Namen. Hat der nicht auch so einen komischen Namen? Du meinst hier Watamote. Watamote, genau. Der war schon ziemlich lustig. Ey, ich bin so abgebrochen bei dem Anime teilweise. Das war so geil. Da gab es noch ein paar Stellen, die waren so richtig episch. Hast du schon mal Doctor Who gesehen? Ich hab's versucht, ja. Aber ehrlich gesagt, hab ich's nicht ganz verstanden. Wie lange brauchen Martin noch? Muss noch zeitig raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der lustigste Anime ist irgendwie echt schwer. Ich bin ja mit der Aika 971. Ja, können wir mal machen. Wenn du willst. Aika. Ja, auf der Name. Anime Code Gear ist klar. Wie gesagt, hab ich vorhin erzählt. Wollt ihr irgendwann mal rewatchen? Code Gear ist richtig gut. Solange man nicht die deutsche Version schaut. Die deutsche Version ist ein bisschen kacke. Ich glaub, es lustig ist zwar irgendwie fast für mich nur Game, No Life. Ist einfach nur übertrieben. Aber deswegen lustig. Wo ist denn die Aika, ne? Das ist jetzt schon wieder Team Death? Ja, das ist Team Deathmatch. Ich find Domination irgendwie besser als Team Deathmatch. Team Deathmatch ist so... Keine Ahnung. Es gibt so gar keinen Sinn mehr. Abgesehen von Leute erschießen. Da ist mein Medikett. Los, nehm es auf. Wir haben gerade den ersten Penner erwischt. Pff. Ich hab ich auch noch nie gehört. Wir haben den ersten Penner erwischt. Hahaha. Wie geil ist das denn? WB Med Tutorial. Ich erkläre, also keine Sorge. Ihr werdet nichts verpassen. Ich erkläre euch das dann auch mit der Verlosung. Das ist ganz easy. Hallo. Guck, da sind sie auch schon. Warte, ich fahr gerade noch den Chat jetzt auf dem Net-Poto. Und das dauert ja für gewöhnliche Uhr. Martin ist voll leise bei mir. Richtig. Ein bisschen. Ein bisschen. Also so extrem nicht. Ehrlich? Geht mal lauter. Ja, bei mir geht's. Warte mal, ich guck mal nach meinem Pegel. Es geht. Ich verstehe dich gut. Mein Pegel ist wie immer. Also eigentlich muss ich... Hm. Jetzt geht's gerade. Vielleicht das einfach gerade ein bisschen... Es kann wirklich sein, weil ich rücksichtige mit meinem neuen Mitbewohner. Ach, scheiße. Du hast ihn vielleicht so leise gedreht oder sonst immer so rumschauen. Oh, jetzt kackt gerade das Bild halt beim Deutschlandspiel. Bei dir auch, oder? Ich hab's gar nicht an. Nicht zu geben. Wir führen. Haben die nicht letztes erst gespielt? In Schottland. Ja, jetzt war ein Freund. Jetzt gibt's ja auch keine Bundesliga jetzt. Jetzt ist es qualisch. Ich hab's traurig, stimmt. Ja, ich hätt auch lieber Bundesliga gehabt. So ein gammiges Sniper irgendwie auf der Karte. Hallo, Anni übrigens. Nein, DayZ kommt gleich wieder. Du hast DayZ noch nicht verkauft. Ich muss sagen, ich hab ja nicht so viel hochgetragen wie Lukas und meine Freunde, die da mitgeholfen haben. Aber ich hab trotzdem geschwitzt wie ein ältes. Und die Dusche war schon sehr gut. Glaub ich dir. Ich war gerade baden, das war auch sehr gut. Ach, Henning, ich weiß nicht, ob es dich interessiert. Aber im Herbst kommt hier von Dekifkonen, da kommt ein Ableger mit Kaito-Kit-Anime raus. Nur er oder was als Hauptrolle, oder was? Ja, ja. Da gab's auch einen Manga schon, den hab ich gelesen. Der ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Also, ich würde empfehlen. Doch, interessiert mich auf jeden Fall. Ich glaub, so die Standardfolgen, die hab ich ehrlich gesagt keine Lust mehr zeigen. Ne, ich hab mir auch irgendwann noch die Storyfolgen gemacht. Die Kinofilme sind halt auch sehr gut. Die Kinofilme sind sehr gut, ja. Muss ich ehrlich. Ähm, aber der, die Manga 3 dazu war echt cool. Also, Manga-Wa ist rein zu Manga. Manga, genau. Also, ich sag dir, dann kann der dann sagen, wenn's raus ist. Mach das, mach das. Wenn's bei Bunchy war los und dann kannst du auch bei mir schauen dann wieder. Hm. Was wollt ihr denn alle mit Daisy? Sind alle sehr Daisy-verrückt. Irgendwie. Oh, ich spiel's ja auch gerne. Mensch, was ist denn das hier für ne Pimmelscheiße? Hm? Du startest Firefox schon eure Rückmeldung, ey. Das ist, das ist so typisch, dieses Netbook, ey. Also, Google Chrome, Google Chrome. Alter, ich brauch das nur für den Pimmel-Chat. Alter, ich seh die nie. Was ist denn hier los? Ja, Exe, ich glaub, das liegt einfach daran, dass das ganze Anime, der ganz einfach zu sehr gehypt wurde. Ich lese die schon. Wenn das nur gehypt worden wäre, dann wär das, glaub ich, vollkommen in Ordnung gegangen. Da wär's ein Anime, der okay wäre, aber durch den ganzen Hype, ist er halt einfach total übergewertet. Naja, Attack on Titan? Ja, ja, Attack on Titan. Naja, der wurde halt ziemlich bekannt. Es ist der Hype, der halt sich daraus gemacht hat. Wie gesagt, der ist okay, mehr nicht, aber durch den Hype ist es dann halt wieder mehr als man denkt. Wäre weniger als man denkt, so. Weniger als man denkt und deswegen ist man dann sehr enttäuscht, wenn man sieht und merkt, dass es einfach mal okay ist. Ja, ja. Darüber werden die Anime, äh, die Welt wahrscheinlich noch in 10 Jahren reden. Über Attack on Titan, dass es all overhyped ist. Ich weiß, das Wort Art Online hält sich auch nie auf. Ja, das Wort Art Online hat mir ehrlich gesagt auch einfach nicht gefallen. Keine Ahnung. Ja, mir hat das Setting halt gefallen. Ja, das Setting war okay, aber ich weiß, ich hab die erste Folge gesehen. Aber es ist auch total overhyped, wenn man sich das Ganze anschaut. Davon hab ich persönlich, dass ich so viel mitbekommen habe. Alter Hammer, mein Rücken, mein Rücken ist nichts, wo ich reinschießen soll. Hendrik, würdest du, wenn du 10 Millionen Euro gewinnen würdest, mit YouTube weitermachen? Also ich würde damit anfangen. Wäre ich 10 Millionen Euro, würde ich, ob ich dann immer noch YouTube machen würde? Ja, klar. Macht doch Spaß. Du würdest mir eine Million abgeben, oder? Ja, klar. Das klang jetzt aber nicht so. Mal gucken. Ich würde dir eine Million abgeben. Und weißt du, was ich machen würde? Ich würde das Haus, wo du drin wohnst, würde ich kaufen. Die ganzen Assis, die da mit drin wohnen, rausfucken. Und dir erstmal schön die Porno-Internetleitung legen. Das würde ich machen. Ich verlasse mich drauf. Oh Gott, ey, ich bin halbtot. Du darfst, glaube ich, aber erst mal einen Zeit Eigenbedarf anmelden. Wenn du irgendwas brauchst. Du darfst nicht sofort sagen, Hey, drückst du den halt alle 1000 Euro in die Hand? Das zieht aus. 1000 Euro damit. Jö, da engagierst du mal, Leute. Okay, ich habe sie alle nur angeschlossen. Für 1000 Euro selber lösen. Für alle. Oh, eine leckere, kalte Hülse, ey. Ja, das Genial, würde ich es auch nicht bezeichnen. Okay, macht ein sehr guter Anime, aber kein. Nichts, was in meine Top-Liste gehört. Diese scheiß Claymore, Leute, ey. Die gehen mir so auf die Eier. Hier drüben ist deine erste Hilfe. Fullmetal Alchemist war auch sehr geil, ja. Also das Brawl-South hast du immer noch nicht gesehen, oder? Mhm. Haben wir auch so gleich vor. Das ist noch so viel besser als das normale, finde ich. Aber ja, am Anfang ist es halt die erste Hälfte, das ist halt echt anstrengend, das zu schauen, weil man es halt schon kennt, wo es teils. Aber das Ende, das ist... Also, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber Fullmetal Alchemist, also die Manga-Serie und Brotherhood ist das beste Anime-Ende, das ich je, was ich am Anime gesehen habe. Also, es gibt kein Anime, der ein abschließenderes und schöneres Ende hat. Punkt. Für mich. Das ist einfach ein ziemlich saugutes Ende. Passt einfach alles, was man so will. Und das sei relativ selten, aber so ein gutes Ende. Ja. Ja, deswegen ist das... Ich habe den Manga gelesen, das Ende dann, und habe mich da so auf das Anime-Ende gefreut. Ach, so scheiße. Schade, dass die deutsche DVD, so extrem teuer wird, dass sie mir sicher nicht kaufen wird, sondern Sven, dann importiere jetzt nochmal. Oh Gott, du neid. War halt irgendwie 80 Euro für fünf Folgen, oder was? Ich wollte mich schon ein bisschen besser benehmen, jetzt im Stream. In Büschen. Tu und besser benehmen. Das ist ja wie die Neujahresvorsätze. Boah, wie ich den nicht treffe, was denn da los? Alter, ich dachte, wieso redest du doppelt, und dann läuft ja dieses Pimmel-Vlog-Video los, ey. Da hört das, Martin hat den geilsten Arm ever, ey. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß. Du hast gefragt, wie du auf Anime und Manga gekommen bist, Hendrik. Wie, ich was? Wie du auf Anime und Manga gekommen bist. Gekommen? Ja, gekommen, wie du angefangen hast, das zu schauen. Boah, Alter, da oben sitzen. Alter, bei mir hat das Ganze automatisch mit Dragon Ball angefangen, da kam ich als Nächster gar nicht drum rum. Genau. Man kann ja Fernseher geguckt, hat Dragon Ball geguckt und dann hat er das eigentlich schon angeschaut. Aber ich muss sagen, ich bin zum Glück nie so der Manga-Flieg geworden, wie ihr da seid, weil das Ding ist, ich habe immer versucht, Manga zu lesen, und musste feststellen, ich musste von der letzten Seite anfangen. Das hat mich so geschockt, dass ich das nicht mehr weiterlesen konnte. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, doch dann mal Death Note vorhin, oder? Äh, Elfenlead habe ich glaube ich zuerst geguckt und dann auf Death Note, ja. Bei mir jetzt auch, ich habe Death Note, ich habe jahrelang, ich habe irgendwie von Naruto und Elfenlead angeschaut, dann irgendwie so ein, zwei Jahre nicht mehr und da habe ich Death Note gesehen und dann ging es back up. Dann habe ich dann teilweise, kamen dann so Sachen wie Eureka Seven am Stück an. Oh, Eureka Seven war so gut. Ja, ich habe alle Folgen ohne Pause gesehen, im Schlaf. Das war krank. Das war so gut. Ja. Ja. Der Film war sehr verwirrt. Der war sehr verwirrt, aber der war auch gut, finde ich. Äh, aber parallel alles dann und, und, äh. Die zweite Staffel war wieder sehr verwirrt, wie es da letztens lief. Sehr, sehr verwirrt. Ich glaube, ich habe noch nie ein Anime so sehr am Ende verwirrt, examt. Das war damals echt. Ich stand da und da finde ich so, wie, ne Ende. So schrecklich. Wo ist Lukas eigentlich? Martin? Warte auf der Sieg. Schön fetten. Achso, du wartest auf der Sieg. Dann heißt es nur noch Martin. Wie lange warten wir noch auf der Sieg? Das heißt eigentlich nur noch Henrik. Heißt nur noch Henrik? Eigentlich willst du die GWW-Karte aber jetzt machen und dann... Ja, warte. Ich habe die Bots schon bereit. Äh, ist die Bots schon bereit, mal im Alter. Gut. Glätt. Kennst du Mira Niki? Nope. Also Mira sagt, Lukas hat die Mangos. Jetzt kannst du dir leider nicht mehr ausleihen. Dann mal wieder zurück erstmal auf Daisy. Ups. Capslot, Daisy. Okay, Leute. So, das ist ganz, ganz easy. Ich brauche jetzt erstmal meinen Desktop. Das hier. Wieso spielt da eigentlich Kinder-Pingui-Werbung im Hintergrund ab? Einen eigenen Stream gestartet habe. Sehr geil. Ähm, so. Wir brauchen einmal das. Ich brauche einmal das. Und ja, jetzt brauchen wir ein Keyword. Ähm, nehmen wir einfach Wurst. Das ist ja langweilig. Ja, was denn? Ne, Wiener. Wiener? Ich hätte was anderes vorgeschrieben. Ja, was denn? Dann schlag was vor. Nee, das kann man nicht aussprechen. Ich weiß, was er meint. Nee, das hatte ich gefunden. Das fand ich nicht so lang. Den Baguetteboden. Wir nehmen jetzt Wiener. Das heißt, ihr müsst jetzt einmal in den Chat Wiener schreiben. Alles kleingeschrieben. Nicht Wurst. Ihr schreibt Wiener. Ähm, und jeder, der jetzt Kleingeschrieben. Und jetzt. Nein, du darfst nicht mitmachen. Weil wenn du gewinnst, würden alle denken, das wäre alles beschiss. Das ist ja auch beschiss. Nee, das ist nicht. Ihr seht ihr schon links die Leute, die drinnen schreiben. Schreibt alle feinen Wiener in den Chat. Und ja. Dann habt ihr jetzt kurz, sagen wir mal, zwei, drei Minuten Zeit. In der Zeit werde ich jetzt schon mal einen DayZ-Server suchen. Keine Sorge, das geht alles weiter. Alle schön Wiener in den Chat schreiben. Alle, die mitmachen wollen, Desktop kann raus. In der Zeit suchen wir ja schon mal einen Server. Wenn wir einen Server haben, losen wir das gleich aus. Ich sehe den Chat jetzt noch gar nicht mehr. Ah, okay. Wir schreiben wahrscheinlich eh gerade alle mit Spam-mäßig Wiener in den Chat. Habt ihr schon einen Server, oder soll ich einen Suchen? Ich schätze mal, ihr habt keinen. Nur zur Info, mehr als einmal schreiben bringt nichts. Mh, ja. Spammen bringt nichts. Ihr tut es einmal schreiben, dann seid ihr registriert und dann seid ihr eine Verlosung. Das heißt hier zum Beispiel, die heißt da Tisch Bakus 021, hör auf zu spammen. Du hast schon mehr als einmal geschrieben. Und viele andere auch. Ich kann das so einstellen, dass Leute, die spammen, rausgekickt werden. Sag einfach, dass Leute, die spammen, rausgekickt werden. Leute, die spammen, werden rausgekickt. Ja. Martin, ich schaff mal selber. Oh, ich muss ja mal starten, ganz ruhig. Achso, okay. Dann komm ich auch noch nicht hin. Nee. Dann los ich kurz aus. Ja, Leute, ja, mach. Und bitte nicht im Chat beleidigen, freundlich bleiben. Ja. Das darf nur ich beleidigen. Das ist aber, ja, mein Markenzeichen. Oh Gott. Du bist eine Beleidigung. Du bist eine Beleidigung. Du bist eine Beleidigung. Du bist eine Beleidigung. So, haben alle reingeschrieben. Ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit. Schreiben die Wiener in den Chat alles klein. Ich glaube, es sind sogar 25 Euro. War eine Geldske, mein Martin. Es sind 84 Leute registriert. Thunderbird hat es noch versucht. Ein Tutorial-LP versucht es nochmal. So, und dann schließe ich das Ganze in 10. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1, und, sieht man das im Chat? Ja, Roll. Nina Lienchen hat gewonnen. Das heißt, ich werde dir jetzt eine Message schreiben. Oh, die öffnet sich sogar in einem neuen Fenster. Wie premium ist das denn? Ähm, den Desktop brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das ist aber nicht den Code an alle schreiben hier. deswegen habe ich auch extra mein Desktop jetzt weggemacht. Und das hier, Nina Lienchen. Mhm. Wo ist denn jetzt mein Chat hin? Da ist mein Chat. Nein, ich habe mein Chat gar nicht mehr. Habe ich den komplett weggeklickt? Sehr doof. Sehr doof. Ähm. Was kannst du eigentlich? Keine Ahnung. Give away. Nina Lienchen hat gewonnen. Den Key. Gib den einfach bei Steam ein. Und wenn es da irgendwie Probleme geben sollte, kannst du dich nochmal melden. Aber sollte es eigentlich nicht. Okay, ich habe hier noch einen zweiten Chat offen. Kannst dich gerne melden, wenn Lukas, äh, wenn Hendrik dann schläft. Weil dann antwortet er auch nicht. Na, wir spielen jetzt auch ein bisschen Daisy. Ah. Wenn Hendrik nicht antwortet, weil er schläft, kann ich doch gerne seine Handynummer geben. Dann kannst du das mal reichen. Mhm. Es läuft ja auch ungefähr, es läuft ja achtmal Stream so ungefähr und zweimal Dayset. Und trotzdem können wir noch mit 19 MB Sekunden runterladen. Ich möchte es nur nochmal betonen. Ach, ich liebe das Ding. Mein Upload ist so gut, ich könnte fünfmal gleichzeitig streamen. Oder sechsmal. Ungefähr, ja. Ja, der ist aber so gut, dass es eh nichts bringt, weil es meistens dann nicht gucken können. Naja, wenn du die volle Quali aufdrehen würdest, also ein MB Sekunden, also ich könnte es nicht mehr gucken. Definitiv nicht. Naja, wenn ich fünfmal streamen, sind es ja nur mit, wo streamen. Ja, ja, gut. Ja, ja, gut, ja, und du mal, he, he, leidwulf, he, he, liegt wie rechts. Wie kamst du überhaupt auf das Giveaway? Auch keine Ahnung, machen doch schon relativ viele. Ich dachte schon mal, ich kann mal was zurückgeben, was ich so habe. Wie gesagt, Dienstag gibt es eventuell zu Destiny auch nochmal ein Giveaway. Ich habe von der Händlerin ein altes Daffy-Fee erhalten. Das habe ich bekommen. Twitch-PM, die du bekommen hast. Da müsste der Key sein. Eventuell musst du oben bei der Inbox auf Sonstiges oben klicken. Auf jeden Fall ist die in deiner Twitch-Box. Achso, soll ich mal online kommen? Ah, nö. So, warte. Ja, geht, da kann du gerade erst mal drauf gedecken. Ich fahre noch eine Minute. Ich will hier kurz in den Busch. Oder Lukas, bist du bereit? Ich will nicht. Ich habe ein Ja gehört. Die Taste zum Sprechen ist, glaube ich, nicht geklickt. Okay. Ich werde online. Ich mache gerade mit dem Handy. Achso. Online. So, willst du mein WLAN-Passwort wollen wir haben, sag mal? Äh, ja. Das habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, aber du hast es bestimmt vergessen. Hast du? Schreibst du mal auf WhatsApp? Ja, ich habe. Okay. Sollte, aber irgendwie sieht es komisch aus. Den WLAN-Namen, den wirst du ja mal, denke ich, direkt aus den ganzen Netzwerken hier finden. Äh, ja, ich habe es selber. da hältst du WLAN-Passwort ist immer noch Hendricks 1. Ich muss, ich musste eigentlich schon lachen, muss ich sagen. Ja, das war sehr lustig. Du hast erst mal übelst nachgedacht, als würdest du jetzt wirklich mir das übelste Pimpel-Passwort geben und dann gibst du mir sowas. was ist das warm. Das ist eigentlich so ewig, Mann. Du musst dann überlegen, ob am Ende eine 7 oder eine 8 kam. Oh, naja. Lord van bloody, vielen Dank für den Follow. mir lockt auch eine Ölstadt ein, ne? Müsste, ich bin noch nicht da. Ist nur ein Burbsack. Ist ja eigentlich jemand hier in den Chat, der übelst geil malen und zeichnen kann. Ich habe das gerade schon mal schriftlich gefragt, aber ich frage es gerne mal windlich. Wollt ihr in einem? Wie gesagt, ich habe mich schon mal darauf angesprochen, ich habe noch eine Idee für ein Tattoo für mich und, ähm, da, es ist schwierig. Äh, Nina, dann schick mal, schreib mal einen Link, äh, von deinem YouTube-Kanal, dann kann ich dir da eine private Nachricht schreiben. Ich poste den einfach mal bitte in, in, in den Chat. Dann poste ich dir das noch mal. Oh, es ist mit Handy drin, dann sieht man es nicht an. Das kann durchaus sein. Äh, wieso ist denn das so dumm? Hm, egal. Alter! Jedes Mal ein Schock, wenn ich dann rein tabbe. Der einfach schießt. Kangoo, vielen Dank für dein Follower. Auf jeden Fall sind die jetzt aufgeschreckt, wenn niemand ist. Stream hängt. Ja, ich hab kurz rausgetabt, deswegen. Ich glaube, hier müsste sogar noch hier in der Nähe sein, wo ich hier gerade rumtücke. Ich komme, die Scheunen. Ja, ich mache doch keinen Schiff. Wo drückerst du rum? Wo drückerst du rum? Äh, Garagen gerade hier. Rotes Haus, da, wo wir die Action hatten. Das letzte Mal. Ist das so da? Warte, ich komme, aber nee, da war ich nicht. Ja, mein Herz ist auch kurz stehen geblieben. Wir müssen mal beim Reinlo... Reinlo... Warte mal. Ich guck mal. Wo war das Kanal-Info, Nachricht senden, Copy-Paste senden. Jetzt musst du mal unter dein YouTube gehen, YouTube Studio, Community, und da hast du Nachrichten. Und da müsstest du jetzt den Key haben. Ich dachte auch schon, ich wäre tot, ey. Big. Big. Big Kacka. Vielen Dank für den Follow. Ein Give-Away ist im Grunde genommen sowas wie ein Gewinnspiel. Wo halt irgendwas weggibt. Bist du jetzt hier eigentlich schon? Ich habe ihn doch gar nicht gesehen. Ach, scheiße. Ich war gemutet in Rede hier und Rede hier. So eine Scheiße. Ich habe... Wir wollten noch folgendes anmerken, weil wir gerade über YouTube Ingame-Messages geredet haben. Das wäre immer... Grundsätzlich schreibe uns ja auch Leute darüber an. Weil wir immer bei dem Thema waren. Es wäre ganz nett, wenn er das nicht macht, weil das kriegen wir immer nicht mit. Das ist eigentlich total... Also bei YouTube total ranzig gemacht. Also wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt oder so, nehmt bitte Facebook oder Steam oder sonst was. Aber YouTube ist immer ganz... Selbst Kommentare ist besser als so eine Nachricht. Selbst Kommentare ist besser. Und des Weiteren wurde ich gefragt nach dem Tattoo-Stil. Ich bin da... Eher der farbige Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Und... Ciao, Jonas. Ich stehe auch so ein bisschen auf Oldschool-Sachen. Aber für das, was ich vorhabe, das wird so ein 3-4-Farben-Motiv. Ich will da nicht mehr sagen, weil... Das würde ich, wenn du Bock hast, gern mit dir privat bequatschen. Oho. Oho, privat. Wenn du zeichnen könntest du Pimmel, hätten wir das ja auch machen können bei dir gestern. Aber du kannst ja nicht. Nee, ich? Hm? Nee, kann ich auch nicht, hä? Ja. Dann riege ich jetzt nicht auf, dass ich fremdgehe. Aber ich muss sagen, es war trotzdem sehr angenehm. Ich will nicht mal kennenlernen zu haben, irgendwie leider. Na, na. Da kommt nicht mal ein Gleichschweiz, da kommt nur... Ja, ne. Ach komm. War schon cool gestern, ne? Wie abgehoben er ist, ne? Ja, total. Ja, diese... Fanboys. Nice Mario, Alter. Fanboy für den Arsch. Da kommt, äh... Ende des... Nee, Anfang nächstes Jahr kommt noch eine neue Riga-Statue raus. hier aus, hier aus, äh... Chupinyu, bla 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 bla. Gleich mal vorbestellen. Ich sehe, keine Zombies sind die selten. In der Stadt gibt es keine Zombies, lustigerweise. Selten würde ich auch nicht sagen, aber in der Stadt gibt es... die haben PvP, weil die uns dann nicht auf die Eier gehen. Nein, einfach auch, weil es hier Spaß macht, PvP zu machen, weil hier nicht so mega krass gecampt wird, permanent. Obwohl, ne, ne, nicht so mega krass. Bäre Sino ist halt bla. Bist du jetzt eigentlich mit dabei auf dem Server? Keine Ahnung, guck mal, ich grüffel hier rum. Nein! Okay. Aber da du ja eh schon achtmal aus die Stadt gelaufen bist, wenn du festgestellt hast, da ist nix. Scheiße. Man übersieht ja auch immer gerne noch. Mich hat er beispielsweise immer noch nicht gesagt. Also, auch wenn Lukas bei mir wohnt, das willst du nicht, dass wir vögeln, Leute. Wo bist denn du, Lukas? Genau das heißt, dass er will zu dich zu gehen. Bist du Sniperberg? Ich sag doch nicht, wo ich bin. Wir wissen ja, wo du bist, dein Dricks ausreichend. Das ist dein Steam-Name, und dann werde ich dich jetzt mal add-in. Ninalinchen was the winner. Nitro Boost. Könnte kein Benutzer gefunden werden! Ach, ich brüste dir jetzt einfach meinen Steam-Link, wenn ich ihn finde. Hm. Nun gegeben, aber keine Ahnung, was da los ist. Und Ninalinchen, weil die, die sich auf YouTube beschwerden, dass man Lukas und Martin nicht gesehen hat im Video. Ja. Sehe ich hier gerade. Ja, wie gesagt, ähm... Hast du euch noch etwas geschrieben? Hat es jetzt funktioniert? Bin ganz schüchtern. Hab ich vielleicht verpasst. Heißt, ich bin mutiger als du. Muss ich mir merken, Martin, ich schafft habe. Und, ja, Lukas wohnt jetzt bei mir. Vorherst. Vielleicht hast du 80 Anfragen. Vielleicht auch nicht. Na, macht das bei der Steam-Suche einen Unterschied, ob ich damit Klein- oder Großbuchstaben suche? Hm, weiß ich nicht. Hm, was war das Keyword? Das Keyword war vorhin Wiener. Ja, ich habe das auch schon auf YouTube abgeschickt, Nina. Das müsstest du schon auch in deinen YouTube-Nachrichten haben. Hm, ja. Schau mal nach. Ich finde dich auch mit kleinen X nicht. Ciao, Profi-Gamer. Wir sehen uns. Wechsel mal den Server. Du, der Server ist voll, du. Boah, das geht so. Dabei hat sich ein bisschen geleert. Er könnte ja klar auf 9 gehen, er kommt schon auf 9 schon. Ich, ähm... Neun. Dann gehen wir kurz auf 9. Du musst so lachen, als du das gemacht hast, wo wir dort vorgelaufen sind im Auto. Du musst dich echt lachen. Da wusste ich, du bist es wirklich. Vorher. Hätt's ja auch ein Klon sein können. Ich hab das legendäre ältere Klon gesehen. Und wie ist es? Ich konnte die Spülung live hören. Die klingt genauso wie im Stream. Ehrlich. Die wohnen schon sehr pornös von der Gegend. Alter, Alter. Muss ich echt sagen. Ja, die Gegendkirchen. Machbar, als würde die aber besser stehen, würde ich sagen. Ja, klar. Jetzt war mir noch der Mongo, der da an den Busch gepisst hat. Das ist schon ein komischer Problem. Du hast an den Busch gepisst? Nee, Mongo. Also riesen... Norddeutsch-Mongo. Dann müssen wir nochmal ins Server gucken, ob es da ein Novo-Action ist. Martin, halt dich mal be-right. Ich würde jetzt hier gerade noch den Tätowierer hier adden wollen. Das ist immer noch nicht geschafft. Du hast doch dein Ding gepostet, dass er dich addet. Ich hab mein Ding gepostet, aber ich hab noch keine Anfrage bekommen. Mann, ist der langsam. Ich hab mein Ding gepostet. Hat die gute Kohle aus dem Osten geschmeckt. Ich hab sie noch nicht probiert. Ey, der steht da noch nicht mal im Kühlschrank. Nein, der steht nicht im Kühlschrank. Gute, gute Vita-Cola. Wohnst du im Ghetto? Nee, ich wohne überhaupt nicht im Ghetto, muss man sagen. Was die Gegend angeht, überhaupt nicht. Er wohnt im Bonzenviertel. Im Bonzenviertel, ne, eigentlich schon. Das Apartmenthaus hier ist so ein bisschen... Warst du da um, Alex? Das war ganz schön... Ich war da, wo er noch im Ghetto gefunden hat. Also wirklich im Ghetto. Ja, stimmt. Sie gehen erst durch die Nuttenstraße und dann zu ihm hoch. Die Nuttenstraße war damals... Du hast halt ein bisschen erklärt, dass das die Nuttenstraße ist. Ja, der Olof Samson-Gang, der war damals nicht weit weg von meinem alten Zuhause. Also, wir lernen es auf jeden Fall. Ich hab Server, Lukas. Wiederholen. Spawning, 13 Sekunden. Meine Mutter hat mir ja angeboten, dass ich auch mal ein bisschen bei euch pennen kann, ein paar Tage. Das war dann aber nicht der richtige. Das war der gleiche Server dann. Ich bin online gekommen. Ja, ich geh jetzt noch mal. Okay, sorry. Ja, am 10. werde ich den Zug buchen, ja. Ja, zu euch. Leipzig. Ja, den kannst du ja so und so nach Leipzig buchen, weil ich bin... Selbst wenn dann Lukas in Leipzig schon wohnen würde, oder noch hier, dann kann ich dich ja immer noch am Bahnhof holen, Beziehungsweise das Ticket zu mir kostet dann 4 Euro oder so. Ja, ja, das ist dann die Idee. Hast du, Lukas? Ja, ja. Wie lange wärst du dann hier vom 10 bis... Was ist der 10? Was ist das für Tag? 10. ist ein Mittwoch. Okay, da hab ich eigentlich auch nicht... Das ist tatsächlich verwirrend, weil Filme... Der Film kommt erst am... Der Film kommt ja immer am Donnerstag raus. Das heißt, am 10. wäre, wenn dann die Preview-Ding dann... Auch wenn da 10. steht, dann würden sie wohl nicht am Dienstag sein, weil ich würde mir am Donnerstag rauskommen. Es kommt ein 4-Tommel-Magazin, wow. Was haben wir? Haben wir eigentlich schon noch ein bisschen Film-Material oder müssen wir die Tage mal oder was aufnehmen? Äh... Ein, zwei Folgen kann ich, glaube ich, noch zusammenschneiden. Ansonsten, ich hab... Keine Ahnung, irgendwie... Passt das, was ich von dir hab, nicht hundertprozentig zu den Aufnahmen, die ich hier noch hab? Englisch ist da komisch, gar nicht. Keine Ahnung. Und wie lange ich bleibe hier? Das kommt drauf an. Wie viel Zeit der dann hat? Müssen wir halt irgendwie schauen, wie ist jetzt... Wie... Wie... Das ist dein Studium und alles. Studium ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag, Sonntag hätte ich vollkommen Zeit. Mittwoch, Donnerstag, Freitag müssen wir halt schauen. Ich hab keine Ahnung, wie die Studium ist, wie lange das ist. Freitag hab ich, glaube ich... Das heißt, filmschauen wirst du mal auf jeden Fall können, oder? Werd ich können, definitiv. Da ist aber irgendein Tag, ich glaub, Dienstag oder so, hab ich um bis 19 Uhr Uni. Ja, aber Dienstag ist halt der Film nicht. Ja, ich... Ich mein es, ich... Sonst, keine Ahnung, bleib ich halt dann bis Samstag oder so. Dann kann ich am Samstag irgendwie, äh... nachmittags zurückfahren, dass ich dann abends nach Hause bin. Ja, Hendrik, wollen wir da... vielleicht wo Mittag schon mal loslegen? Müssen wir nur schauen wegen Donnerstag, aber Freitag, Amst, da könnten wir dann... Ich meine, ohne die Sätze zu aufnehmen. Ja, können wir machen. Ähm, ich guck grad mal... Und du mit Lukas ja mal noch einkaufen fahren darfst du über, aber sonst, ähm... Oh, das kann man machen. Weil Dienstag sind wir im Kino? Abend? Ja, Dienstag spiel ich ja eh Destiny, ja. Und, ähm... Passt nicht ganz gut. Können wir morgen gerne noch runter aufnehmen. So, ab 1 oder so, ich weiß ja nicht wie... Ich denke mal, Lukas wird nicht so lange pennen. Erste Nacht. Meistens so. Weiß ich noch nicht. Aber das Bett ist echt bequem, glaub mir. Also, es ist zwar schon ein bisschen eingelegen, aber... Hast du Assassin's Creed mitgenommen, Lukas? Weil wenn ich ja nach Leipzig fahre, könnte ich es ja wieder mitnehmen. Und ich könnte dir dann die Autosauce befreien. Alex, der hat echt alles eingepackt. Das wird schon irgendwo in der Kiste hocken. Wenn's der Hund gefriert hat, was man sich... Alex, ich guck grad hier. Ich hab den vorläufigen Stundenplan hier. Mittwoch ist von 7.30 Uhr. Hätte ich halt bis 13 Uhr Uni. Das ist ja... Du kennst ja mal... Ja, und Donnerstag... Donnerstag hätte ich einmal von 13 bis 15 Uhr. Und Freitag von 9 bis 11. Das wäre da nicht das Problem. Warum schreibt ihr euch nicht einfach über Facebook? Extreme. Martin hat so Probleme mit den anderen bei Steam zu add. Warum schreiben die nicht einfach über Facebook? Martin hat so eine Community-Page. Da kann man ihn bestimmt anschreiben. Ja, ich grüß mal den Link mal. Also, das wäre dann, denke ich mal, kein Problem. Also, wie gesagt, bis Donnerstag ist dann ein bisschen. Ich hab halt nur jetzt Montag und Dienstag ist das, wo ich dann hier Montag hab ich von 15 bis 19 Uhr und Dienstag hab ich von 17 bis 19 Uhr. Ja, Montag, Dienstag ist eh aus der Frage, weil ich, äh, wir werden dann nur, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Freitag freinehmen, weil ich von 10 Minuten für Weihnachten habe. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, mit allen vier zusammen zu wohnen, weil ich mir bis jetzt nicht mal vorstellen kann, wie's mit Lukas wird, sag ich ganz ehrlich. Er hat noch nie eine WG in dem Sinne. Ja, meine Katzen sind selbstverständlich in die Stuben rein, Leute. Nee, die kacken ihn immer auf dem Schreibtisch. Aber Lukas hat schon gesagt, dass wenn er seine Tour zumacht, soll er vielleicht ein bisschen drauf achten, ob die Katzen auch draußen sind. Hast du gehört, Lukas? Danke für eure Likes, danke, danke. Ja, wenn dann eh, du bin ich eh nur Mittwoch, dann hast du ja Freitag. Und dann kommt für mich eh nicht in Frage. Naja, das passt ja dann eh. Wie gesagt, ich weiß halt noch auch nicht, ob das ist der vorläufige Stundenplan und ich weiß auch noch nicht, ob man, ob das der endgültige ist, im Sinne von, ob da noch was dazukommt, irgendwelche Kurse oder was weiß ich nicht. Battlefield 4 haben wir vorhin schon ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, ob es nachher nochmal spielt, ne? Mal gucken. Das kriegen wir hin, das passt schon da, diese Zeit. Das ist schon okay. Warte, wir brauchen nicht, hier wird eine Mosung geschossen. Da, ich sehe sie. Einfach Kirche hoch und den Hang und Hammer offen. Mitten einfach vor den Bäumen. Einfach rechts da. Einfach hammer offen. Nein, der hat richtig die Bananen-Pose. Okay. Also die Kirche ein bisschen höher, oder was? Und dann jetzt, jetzt ist er ein bisschen in den Busch gegangen. Warte mal, ich schieße gleich auf ihn. Okay. Bin auch relativ in der Nähe. Da, da schießt du. Ja, da, ich schieße da vorne, rechts in diesen Waldstreifen, da wo du einmal gestorben bist, als so zwei, drei Leute vorbeikamen. Jetzt ist er da reingegangen. Ich habe ihn einmal getroffen, blutet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er blutet. Ihr Terror Machine, wenn du in deinem Steam bist, gehst du mal oben auf deinem Profil und dann machst du rechtsklick und machst Seiten URL kopieren und die legst du mal hier rein und dann hätte ich dich. Wenn du da hoch guckst, zu diesem Wald, der fängt an und da sind erst so Herbstbäume. Da ist er rein. Und jetzt geredet hier wir in-game bei mir, oh mein Gott. Ich weiß nicht genau. Ich bin jetzt richtig drüber. Warte mal, ich glaube, ich habe es gerade gehört. Ich bin bei den Ghetto-Häusern hier oben. Ja, ich bin an der Straße. Ja, du bist bei den Ghetto-Häusern? Ja. Ich bin ein bisschen runtergegangen gerade. Das kam von unten. Das kommt schon hin, die Kuhle unten. Ich bin jetzt hinten an der Kuhle, oben an den Steinen im Grunde genommen. Da, da sehe ich einen, da sehe ich mehrere. Was? Oh, ich komme. Ach, an dem Stein, wo wir ausloggen, in der Kuhle, oder was? Nee, oben. Oben am Stein. Richtig drüber, die Seite oder Richtung der Ghetto-Häusern? Äh, auf D-Bag-Ebene. Die Straße, die zur D-Bag-Ebene führt. Ja, aber noch nicht bei der D-Bag-Ebene. Die Hälfte des Weges ungefähr. Einer ist tot, der blutet, der subkt hier. Der hat den Bug nur. Zwei, keine Ahnung. Nummer zwei, keine Ahnung. Einer tot, bestätigt. Das war auf jeden Fall aber noch ein zweiter. Oh, da von hinten. Der hat damit Acker 1 zu 1. Es sind mindestens drei. Es sind noch drei. Es sind mindestens jetzt noch zwei. Einer kann sein, dass der auch tot ist. Aber da war ein roter, mit rotem Rucksack. Der kam mit AK-101er angedüst. Scheiße. Ich komme jetzt. Erstmal. Ich glaube, das ist mir die Tattoo später. Da, ich sehe einen. Warte mal. Da, das ist die Mo... Okay, warte mal. Oh, komm zum... Werd ruhig hier. Richtig schön gesehen, wie er auf dich anlegt, Hendrik. Habe ich nicht gesehen. Die im Stream, da sieht man richtig schön, wie er stehen bleibt. Anlegt, schießt. Dann bist du... Hinter dir auf der Straße stammt, ja. Wenn jetzt Terror-Maschine-Link postet seinen Steam-Link, bitte mal nicht timeouten, liebe Motz. Danke. Ich bin an der Kirche, Alter. Ich bin genau an der Kirche. Über dir auf der Straße ist das. Über dir auf der Straße. Oh, und ich bin bei der Registration. Ah! Ich schieße gerade, aber das... Das bin ich... Du schiehst... Oh. Wo bist du bitte? So, Zero passt. Ich bin über der... Bei den Ghetto-Häusern da den Hangout. Die sind über dir an der Straße. Über dir an der Straße, die zur Diba-Gebene führt. Aber eigentlich nur von der Kirche... Von der Kirche hoch zur Straße. Und dann vielleicht einen Tick Richtung Diba-Gebene. Meine Fresse, ich treff dir nicht. Das leckt zu sehr, oder was? Der ist jetzt die Straße Richtung Dustin ein bisschen gerannt. Da fängt der Wald an. Martin, da, wo wir einmal zwei Leute getroffen haben noch. Und ich habe beide getötet und du bist noch umgefallen. Weißt du? Da und dann rechts runter in den Wald, wo Hendrik dann gestorben ist. Da ist er rein jetzt. Ich bin an die Schuppen, Alter. Ich habe eine scheiß Poesie. Willst du schießen was? Nee, es geht. Das schießt auf mich, glaube ich. Ich habe mal laut. Das ist auch hinter dir. Das ist auch mal da, wo du gerade geschossen hast. Ich laufe gerade weg. Ich kann eigentlich sehen. Ich bleibe erst mal kurz neben dem Schuppen. Ich will das erst mal checken hier. Ich bin ja nicht, dass ich da bin. Ich habe mich schon nicht gesehen. Ich suche mir mal eine andere Poesie. Ich werde zu lange da geschossen. Da war es so geil, dass ich genau wieder in der Scheiße einloggen muss, oder was? Aber nein. Okay, da. Ich habe das Silo gesucht, ey. Ich habe immer Primmelgie. Ich habe eine Acker im Mittelbissl Dreck. Ich habe auch gehört, das ist, glaube ich, Back. Also zumindest das will es noch einer mindestens. Hinter dir war eine SKS. Also sitze ich quasi genau in der Scheiße. Ja, du musst doch mal hoch. Ja, aber von wo? Alter, wenn ich den Weg hochgehe, dann gehe ich langsam hoch und die sehen mich. Und die SKS sieht mich wahrscheinlich auch. Und wenn ich vorne an der Kirche lang gehe, da habe ich die ganze Fläche offen und da sieht mich jede Sau. Das Problem ist, ich bin jetzt mal kurz geduldig. Ich bleibe in meinen Schüppchen hier sitzen. Da, ich sehe einen. Einer läuft genau an der Straße über dir. Da, wo ich die erkletterte. Da läuft gerade einer die ganze Zeit hin. Da laufen zwei. Du müsstest da eigentlich mal... Ja, dann müsstest du da eigentlich mal... Einfach auf der Straße. Einfach auf der Straße, genau da, wo ich die erzählt habe, wo wir die beiden mal getroffen haben vor 3, 4, 5 Tagen, wann das war. Kann ich da jetzt ganz beruflich auch gehen? Ja, ich scoutet. Ich sehe dich. Ja, das geht's. Und du läufst genau auf die Zuhälte im Grunde jetzt. Da oben laufen sie auch noch. Links von der Straße und in so... Da ist ein Bambi auf einmal. Die laufen da an der Straße, links von der Straße. Du läufst einfach über die Straße und genau da laufen sie hin und her. Sag, wenn du schießt, ich helfe mit von Entfernung halt. Keine Ahnung. Ich sehe sie noch nicht. Ich hasse diese... Ah, eine roter Backpack. Großer roter Backpack hat eine. Genau, der hat mich weggeschossen. Ich sehe sie. Ich habe den grünen Blick, warte. Den grünen gibt es auch, genau. Den sehe ich gerade nicht, immer. Da sind drei. Vier Leute, vier Leute, vier Leute. What? Vier Leute. Der grünen ist down. Der ist aber nicht tot. Der läuft wieder irgendwas. Der ist nicht tot, der ist nach hinten gelegt. Ich komme näher. Das kannst du vergessen. Jetzt ist der grüne da und der grüne ist geweck geholt. Ich muss hier weg. Der grüne ist down, ja. Das ist schon wieder so viel Sinn, ne? Geh sonst wieder runter zum Schuppen oder so. Geh ich auch. Das macht die Hose. Der grüne ist ja geweck geholt, siehst du das? Ich glaube ja, ne? Ich sehe nur noch den Rucksack, keine Leiche mehr. Also ist das geweck geholt, denke ich ja. So, ich sehe dich da am Schuppen. Bin wieder am Schuppen. Aber kein Übelst, der grünenst. Ne, ich habe das noch nicht. Ich bin ja gerade, wie gesagt, in der Aktion, ne? Ich kann mal bitte einen Mod, den Link, kurz skopieren, bitte. Und mir dann geben, wenn ich danach verlange. Das waren vier, voll Liquid, du bist der Bambi, ne? Mhm. Den grünen hab ich angeschossen, der hat geplüge Dark-Bug-Animation gemacht. Den hab ich nicht getroffen. Du bist da in der Nähe. Ne, nicht wirklich. Ich habe Rob Guard. Ich müsste komplett über, äh, erstmal eine ewig lange Zeit bis zum Airfield laufen und dann vom Airfield noch Richtung Neustadt laufen. Das dauert. Source ist die beste Auflösung. Alter, jetzt bin ich disconnected, ey. Das hab ich heute schon drei oder viermal gemacht. Vollidiot heute. Ich versuch sie zu scourten, aber ich... Sie sind alle, die meisten sind in das Weltrand in die Richtung. Ja, aber da schaue ich schon die ganze Zeit fleißig, aber ich sehe wirklich nichts. Ich habe eher das Gefühl, dass sie noch links hoch in den Wald, weißt du, Richtung Debug-Ebene so gesehen noch weitergelegt. Ich muss der KissMyBullets vielleicht mal auf Source umstellen. Die Qualität ist dieselbe wie sonst immer. Weil ich sehe hier wirklich nicht. Da ist einer, die gehen wieder runter an die Leiche von dem. Ich sehe sie wieder. Ja, aber... Zwei sehe ich. Ich schieße jetzt auch wieder. Warte, warte, warte. Da gehe ich hoch. Die legen sich da genau da zu dieser Leiche. Legen sie sich gerade in die Looten. Beide liegen. Wenn du jetzt hinkommen würdest, wären die so tot. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich muss noch die Leiche hoch. Einer steht wieder auf. Die legt sich wieder hin. Also die sind ungefähr, die hat links und rechts von der Leiche. Sehr nah da. Ich bin halt ein Portosborn. Ich bin direkt über dem Industrial. Pass auf. Ganz kurz wegen dem Motto-Zeug. Text-Commands gehen immer noch auf, wenn das andere nicht geht. Oh, verdammt. Das ist eine andere Tanne, wo ich gerade drin war. Jetzt musst du aufpassen. Links von der Straße. Links von dir. Oben. Ja, ich muss aber erst mal eine Tanne machen. Ich sag's mir nur. Ich seh sie gerade akut auch nicht mehr, aber die dürften da irgendwo sein noch. Sehr nah bei dir. Ich scouten. Da schießt was. Ja, Martin. Einer tot. Glaube ich nicht. Angeschossen nur. Wenn du den linken jetzt erwischst, ist ein paar Tannen rechts von dir auch noch einer. Rechts von dem. Auf derselben Höhe. Oh, ist der tot? Den gerade nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur einen gesehen. Den hab ich gerade angebrezelt. Restliche Schussgänger natürlich in die Tannen, Alter. Da läuft doch. Jetzt ist er direkt сüğült, mein Freund. Das war Nummer 2. Es ist noch zwei übrig. Einer ist über der Leiche, wo du geschossen hast. Na, Natana, da schieße ich jetzt drauf. Der kommt runter, der kommt runter. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn auch nicht. Hintertan. Also, was sind denn die Tannen, wo du gerade drauf geschossen hast? Vielleicht ein bisschen rechts noch einen kleinen Pupen sei. Ist noch einer oben an der Straße? sind ja das sind das sind die oma kannst du mal hingehen und die vorkommen soll ich auch rüberkommen ich bin bei bücher bambi ohne t-shirt mitten über straße ist hendrik jetzt gerade ja ich bin das du bist voll an den vorbeigefahren hendrik ich bin an den vorbeigelaufen sind links von mir oben oder was richtig schon rechts von dir auf der straße ja jetzt links von dir links da kommt sofort eine tante wo läufst du läufst bei mir im kreis ja weil das rechts bringt mir nichts weil das voll verzögert ist ja das verzögerte das bringt mir nichts jetzt 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 du läufst genau auf die zu so läufst du genau auf die zu ja also hoch doch zum weiter die backebene da liegt irgendwas unter einer tante zwei müssten da liegen und die anderen sind auch noch da oben oder was einer noch ja einer ist da irgendwo in der tante da immer mehr dieber kampf irgendwie oder ich verstehe nicht warum wenn sie sich da hinweißen zurückziehen da hinten da hinten da hinten da hinten ich hab sie gefunden ich hab sie gefunden ähm zwei wenn du die wenn du die straße einfach hoch gehst ist neben der straße rechts zwei bäume direkt an der straße und da hocken sie hinter der tante drinnen da kommen so einzelne tante dann da kommen so einzelne tante dann wenn du hochläufst aber pass auf wenn du jetzt hier hoch gehst sie gucken genau in diese richtung von hinten hab ich sie konnte sie halt grad voll gut sehen wenn du noch ein bisschen richtung die backebene kommt 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 da eine tante oder so die steht da direkt an der straße und da hocken die hinter ich lauf jetzt mal sniper hilfe von da kann man glaube ich alles wenn du hinten schaube ein wenn du hin noch gehst auf der linken seite oder auf der rechten seite auf der rechten seite von der straße also richtung wald nicht richtung stadt die rechte seite der straße und da sind tanne einzeln oder da stehen zwei tannen glaube ich nebeneinander und dahinter ich geh mal ein stück noch oder bewegen sich gar nicht wollen beschießen die mich eigentlich nicht weil du bambi bist und die sind friendly ja die hocken die hocken die hocken die verfolgen mich jetzt verfolgen sie jetzt folgen sie wie gesagt das ist eine einzelne tante wenn du noch ein bisschen weiter richtig ich weiß nicht wo du bist ja ich bin doch die ganze zeit an der straße die straße runterlaufen weiter trotzdem Nein die verfolgen mich nicht die bleiben die bleiben wie die vollidioten in dieser tante hocken ja und dann siehst du hier die tannen vor mir und dann kommen dann noch mal tannen von da aus kannst du das nicht sehen Du könntest oben in den wald rennen und sie dann von hinten holen das sind da hocken zwei Keine ahnung Links über die kirche gehen wie von unten wie willst du das denn machen da musst du über die back ebene riesen bogen laufen jetzt wartet doch ich bin schon Am in das du gleich ich laufe dich von Du siehst die tannen du siehst die tannen von hier du siehst die tannen von hier genau die vor uns da wo die vor uns stehen die rechts die Zwei einzelnen die zwei einzelnen neben dem weg stehen Wie siehst du von dort aus links stehen doch um fünf tannen und dann steht da zwei einzelne Weißt du welche ich mein pass auf und genau da drinnen dahinter hocken die Die siehst du wahrscheinlich Die da schon an dem wald jetzt stehen quasi Nein die steht direkt an der du siehst die straße ja von hier aus nicht mehr aber die stehen direkt an der tanne das sind drei stück drei tannen eine riesig große eine kleine eine mittelgroße Ja genau und da hocken die hocken hinter den drei tannen weiß ich nicht welche Wenn das hier gibt mir noch eine minute und dann habe ich Okay dann habe ich jetzt die tannen blick Wer wollen sich bewegen Ja die hocken halt dahinter geduckt Sollen sie mal Weil das mit der debug eben das können wir auch da gehe ich jetzt mal in die nähe und dann kann ich von oben runter gucken Sobald ich was bewegen sehe dann schieße ich drauf Ich habe schwarzen glückshut und grünen taloon weg klein Ich scout jetzt hier mal ein bisschen in Da sehe ich Henrik ich bin rechts von dir sehr weit rechts Ich bin hier unten an der straße wo die sich gabelt Henrik komm mal bezeig mir das noch mal auch gleich mal von hier oben gleich Ich weiß nicht ob man es von oben wirklich sieht Du hast doch gerade gesagt man soll da von hinten oben kommen Ja von hinten kommen aber nicht von oben siehst du es nicht du musst dann schon glaube ich runterlaufen Doch von hier aus siehst du mich gerade siehst du mich komm auf meine Position Nein aber ich lauf glaube ich sehr nah zu dir Schnell du siehst die perfekt die ducken hier nur Ich bin unterwegs Die gucken auch nicht in die Richtung hier warte ich stelle mich mal kurz so dass ich es nicht mehr sehe Und wenn sie vorlaufen dann kriege ich sie Wo bist du denn jetzt ich bin hier auf einem offenen Feld gerade Keine Ahnung wo du hingelaufen bist Ich denke du hast mich gesehen ich stehe ganz oben In deine Richtung bin ich gelaufen Ich stehe am Rand der debug Ebene im Wald oben Und gucke runter zur straße Da 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 habe ich gerade jemand gesehen Du läufst dreck Du läufst dreck